So, einen wunderschönen Mittwoch, ne? Mittwoch, Nachmittag. Wir haben wieder einen ganz speziellen Gast, der uns den zweiten Teil seines Vortrages präsentieren wird. Und zwar den Martin. Ich begrüße natürlich auch den Frank und ich begrüße auch mich. Und damit haben wir uns alle drei gefunden. Ich begrüße euch natürlich auch. Grüß dich Martin. Schön, dass du wieder vorbeischaust hier. Ich bin schon ganz gespannt auf deinen Vortrag. Ich freue mich unbandig. Sehr gerne. Danke für deine Bereitschaft, das zu teilen und mitzuteilen und den Leuten zugänglich zu machen. Ist ja alles sehr ehrenwert von dir. Vielen Dank auch, dass du es bei uns auf dem Kanal machst. Ey, klasse. Auf jeden Fall. Sehr gerne. Das Thema geht ja inzwischen immer weiter in die Breite. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Am 9. hat der Hajo Müller an der Taya einen Vortrag gehalten, der natürlich hauptsächlich über die Präsenz, also über die Ukraine ging. Aber er hat durchaus hergeleitet, dass da, wo es seit 200 Jahren Russland ist, dass da mal Tartaria war. Also total spannend. Das, was ich über Napoleon erzählt habe, hat er auch gebracht. Also richtig cool. Du siehst, du wirst gehört und auch gesehen. Ich würde jetzt auch sagen, dein Schell, der Böses dabei denkt. Wir sind da natürlich gegrüßt. Wir grüßen den Hajo, sollte er es sehen an der Taya und würden uns freuen. Vielleicht können wir ja da auch mal irgendwann Bande knüpfen. Und sonst, Martin, the stage is yours. Du darfst wieder anfangen. Zweiter Teil der Geschichte Tartariens und mit den Bezügen, die wir heute in der Realität haben. Prima. Also, dann gehen wir mal auf den Bildschirm. Zack. Und dann machen wir noch Vollbild. Und ihr sagt mir, wenn das passt. Also jetzt müsst ihr die erste Seite sehen. Wunderbar. Also, dann begrüße ich noch mal alle, die zugucken natürlich. Ich hoffe, viele von euch haben den ersten Vortrag gesehen. Die, die ihn nicht gesehen haben, können ihn natürlich finden. Beim Frank und beim Marc auf dem Kanal. Ich werde noch mal ein bisschen auf die Existenz von Tartaria eingehen. Natürlich mit einigen Slides. Aber nicht mehr in dem Detail wie beim letzten Mal. Also als Eingangshypothese sozusagen. Sagen wir mal, wir haben genug Indizien, dass Tartaria mit höchster Wahrscheinlichkeit existiert hat. Was wir uns heute anschauen wollen, ist, wie und warum es groß wurde. Was natürlich ziemlich schwierig ist, weil es aus den Geschichtsbüchern total rausgeschrieben worden ist, wie wir beim letzten Mal gesehen haben. Und wie konnte es verschwinden? Also einfach mal ein paar Hypothesen, wie es zerstört wurde. Tjo, einige von euch werden sich vielleicht fragen oder werden mich vielleicht fragen, wie zum Teufel kommst du denn überhaupt drauf, dass Geschichte überhaupt gefälscht sein könnte? Wir haben so viele Universitätsprofessoren, wir haben so viele Bücher. Das ist doch alles festgeschrieben. Das muss doch so stimmen, wie sie uns das sagen. Dazu kann ich nur sagen, es gibt Indizien, dass wir Geschichtsfälschung haben. Wir haben persönliche Erfahrungen zum Teil. Wir stellen fest, dass Abweichungen vom Narrativ stattfinden oder Propaganda stattfindet. Also der Sieger schreibt die Geschichte. Ist so ein Wort, das man immer wieder hört. Und wenn man sich die, man kann in jedes Jahrhundert gehen, man findet immer Beispiele dafür. Wir haben eine gewisse Zentralisierung des Narrativs bei den Medien oder bei Presseagenturen. So ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Wenn man sich so rumguckt, könnte ja sein, dass das bei uns heute auch noch passiert. Und wir haben natürlich wissenschaftliche Untersuchungen. Ich habe jetzt mal vier rausgegriffen. Und das Schöne ist, wenn wir das von hier machen, kann ich euch die sogar zeigen in die Kamera. Wir haben einmal vom E. Johnson, das ist ein Buch von 1894, die Paulusbriefe, wo er den Paulus nochmal beleuchtet, ob das alles so richtig war, was der aufgeschrieben hat oder wie er gedeutet worden ist. Dann haben wir ein klassisches Werk vom Wilhelm Kammmeier zur Fälschung der deutschen Geschichte. Das ist von 1935. Er beschäftigt sich viel mit Urkundenfälschung. Wie kam es zu der Urkundenfälschung? Verschiedene Ansätze, woran man sie erkennen kann. Also auch das ein hochinteressantes Buch. Dann haben wir das Buch, das unter anderem dafür gesorgt hat, dass ich aufgewacht bin. Das ist vom Illig. Das erfundene Mittelalter. Ist von 1996. Hochinteressant. Wird zur Zeit nicht mehr aufgelegt. Man kriegt es aber einfach. Also wenn es interessiert, ZVAB oder Antiquariate, 2,50 Euro bist du in der Regel dabei. Ein hochinteressantes Buch, das mich davon überzeugt hat, dass Karl der Große nie existiert hat. Jedenfalls nicht in der Form, wie es uns erzählt wird. Und dann ein ganz, ganz spannender Autor. Das ist der Anatoly Fomenko. Ist ein russischer Autor. Er ist ein Mathematiker und nähert sich der Geschichte mit einem ganz neuen, mit einem ganz neuen Approach auf Neudeutsch. Er wendet nämlich mathematische Methoden an und davon gucken wir uns nachher ein paar an. Also das ist wirklich hoch, hoch spannend. Es sind neue Bücher. Er hat, glaube ich, insgesamt 13, 14, 15 Riesenwälzer. Also ich bin bei dem ersten Halb durch, aber selbst das läst ich schon aus den Schuhen. Also kann ich nur versprechen, macht Spaß, das zu lesen. So, was wir uns ganz kurz anschauen wollen. Ich habe hier gelb gemacht, die Propaganda. Ich möchte einen ganz kurzen, sehr aktuellen Exkurs machen für ein Paradebeispiel von Propaganda. Ein Ausflug in die Kriegspropaganda. So, es gab im letzten Jahrhundert wiederum ein Paradebeispiel der Kriegspropaganda und ich traue mich auch ohne weiteres, das anzusprechen. All die, weil es inzwischen mehrere Schriftsteller, gerade der Clark zum Beispiel gibt, die eindeutig nachgewiesen haben, dass dieses Narrativ, dass die deutschen Soldaten im Ersten Weltkrieg nur die blutrünstigen waren, die unter anderem den belgischen Kindern die Hände abgehackt haben, um zu verhindern, dass die später Soldaten werden können. Es ist eindeutig geschichtlich widerlegt. Was wir hier aber sehen, sind so verschiedene Bildchen und Hetzplakate, die damals eben entwickelt worden sind. Links ein amerikanisches, da geht es um die Liberty Bond, aber der blutrünstige Deutsche, der wartet also nur darauf, übers Meer zu schwimmen und Amerika platt zu machen. Dann haben wir klassisch hier die Vergewaltigung Belgiens, also die eiserne deutsche Faust, hier sogar mit dem preußischen Adler drauf, zerbrückt die, ich weiß nicht, wie sie in Belgien heißt, die Belgika, also das ist analog zur Germania. Dann haben wir den blutrünstigen Bismarck, der als Pirat über die See kommt, da liegen tote Kinder in der Brandung. Nur die Navy kann das stoppen oder den Kaiser Wilhelm, der in den Globus beißt und schließlich rechts den üblen deutschen Gorilla, der mit der Pickelhaupe und der Keule die Jungfrau raubt und deswegen muss zu den Waffen gerufen werden. Also das ist so ein Beispiel von wirklich Gräuelpropaganda, die heutzutage Gott sei Dank weitestgehend zumindest widerlegt ist. Aber jetzt zu einem ganz aktuellen Beispiel von Kriegspropaganda und jetzt gehen wir mal in die Ukraine. Mir ist das so gegangen, ich bin in den letzten Wochen zunehmend über solche Artikel gestolpert. Ganz aktuell, und das ist das, was ich da aus der Tagesschau-App ausgeholt habe, Baerbock warnt vor der Ernährungskrise, das ist erst wenige Tage her und hat sich mit den G7-Außenministern beraten. Dann habe ich mal geguckt, was ist denn da überhaupt los? Dann im Spiegel links haben wir gefunden, die Bomben fallen, die Kurse steigen, Russland bombardiert Kornspeicher, Felder und Häfen, globale Hungerkatastrophe wird so weiter verschärft, die Agrarkonzerne verlieren kräftig und so weiter und so weiter. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, da sehe ich ein Bild, wo eine angeblich russische Rakete oder Bombe in einem Kornfeld steckt. Und dann ist das erste Problem, das ich habe, der Krieg läuft seit Ende Februar und ich kopiere auf ein abgeerntetes Kornfeld. Das kann also gar kein aktuelles Bild sein aus der Ukraine. und ich bezweifle ja auch tatsächlich, dass die Russen so blöd sind und mit Bomben auf Weizenfelder schießen. Also was soll der Schmarrn? Rechts haben wir dann einen weiteren Artikel, ist die Hungerkatastrophe noch abzuwenden, natürlich mit den einschlägigen Bildern. Es geht dann noch weiter, hier ist ein Ausschnitt auch aus dem anglo-englischen Sprachraum, Russias War und Ukraine bedroht die globale Lebensmittelversorgung. Oder auf der rechten Seite haben wir sogar von den UN, von Food and Agriculture Organization, ein ganzes Executive Summary, das sich damit beschäftigt. Also man sieht tatsächlich, das ist im täglichen Narrativ, wird breit getreten. Und ich wollte einfach mal wissen, ist da was dran? Ist da wirklich was dran? Und dann haben wir uns also erst mal angeguckt, was sind denn die Exportmengen oder wer sind die führenden Exportländer von Weizen weltweit? Und die Ukraine soll ja unter dem Top 5 sein. Also ich gucke es mir hier an. Europa hat sich selber ein bisschen aufgewertet, indem sie ganz Europa betrachten und deswegen an der Spitzenposition sind. Nächstes dann gleich Russland. Also hier könnte natürlich, wenn sich die Russen stur stellen und weniger exportieren, könnte es zumindest fehlende Mengen auf dem Weltmarkt geben, sage ich mal. Australien ist vorne mit dabei. Dann kommt die Ukraine. Die USA ist, glaube ich, so etwa gleich oder in der Vergangenheit ein bisschen mehr wie die Ukraine. Kanada ist noch vorne mit dabei. Und dann wird es schon ein bisschen weniger. Also zumindest das Narrativ, dass die Ukraine unter den Top Weizenexporteuren ist, ist erst einmal richtig. Aber dann wollte ich noch ein bisschen tiefer einsteigen und bin auf Wikipedia gegangen und habe mir jetzt mal angeguckt, die gesamte Getreideproduktion. Also jetzt gucken wir uns nicht nur Weizen an. Das ist ja bei weitem nicht das einzige Getreide, was ich essen kann, sondern auch Gerste, Hafer, Hirse, Mais, Reis, Roggen und Weizen und habe die einfach mal sortiert. Wer sind denn die größten Produzenten? Und da haben wir ganz vorne dran die Volksrepublik China, dann die Vereinigten Staaten, dann Indien. Also damit sehr bevölkerungsreiche Länder vorne dran, auch die zwei völkerungsreichsten natürlich. Dann kommt Russland, Brasilien, Argentinien, Indonesien, Kanada und auf Rang 9 kommt die Ukraine. Und wenn man sich die Zahlen jetzt anschaut, sieht man, dass die Ukraine etwa ein Zehntel, ein bisschen mehr als ein Zehntel von dem produziert, was China produziert. Und ich habe jetzt hier ja, hier habe ich das Ganze mal absteigend sortiert. Und hier sehen wir also die Ukraine auf Platz 9 und sie produzieren an der weltweiten Getreideproduktion 2,29 Prozent. Das ist jetzt also nicht die Welt. Und man muss sich wirklich fragen, selbst wenn diese 2,29 Prozent komplett ausfallen würden, hätte das tatsächlich eine globale Hungerkatastrophe zur Folge. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal von der Empfängerseite an. Was weiteres, was mir noch aufgefallen ist, das seht ihr jetzt hier gelb markiert. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Ich habe mir nämlich auch angeguckt, wie sieht es denn aus? In fast allen Ländern der Erde steigt die Getreideproduktion. Und es gibt ein paar Länder, wo sie fällt. Aber da gehen wir gleich noch ein bisschen näher drauf ein, auf den nächsten Folien. So, ich habe das Ganze einfach mal in ein Chart reingepackt und da fällt es sofort auf. Wir haben ein gesundes Grundrauschen, wo also jede Menge Länder drin sind. Ich habe die jetzt nicht einzeln aufgeführt, aufgeführt, ist im Moment auch nicht wichtig. Aber wer also wirklich deutlich gewachsen ist zwischen 1980 und 2020, ist China. Die haben auch mit die meiste Bevölkerung, wobei Indien ist, glaube ich, drauf und dran sind zu überholen, oder hat sie schon überholt. Die sind ein bisschen hinten dran. Und die USA sind kontinuierlich gestiegen. Also China, USA und Indien. Und wenn wir hier natürlich dabei haben, USA, die noch Weltmacht Nummer eins, also der militärische Arm des tiefen Staates, und China, der geplante zukünftige militärische Arm des tiefen Staates. Die sind ganz, ganz vorne dran. Die anderen, gesundes Grundrauschen. Und jetzt kommt der Hammer. Und das sind die vier Länder, die ich vorher auch schon markiert habe. Ich habe nämlich einfach mal nach Europa geguckt und ich habe mir angeguckt, welche Länder haben denn eine rückläufige Getreideproduktion. Und hier finde ich genau die vier Flächenstaaten Europas, nämlich Frankreich, Deutschland, Italien und das Vereinigte Königreich. Und die haben eins gemeinsam, dass in allen dieser vier Länder die Getreideproduktion zurückgeht. So, und jetzt könnte man argumentieren, und ich glaube, dass ich da durchaus nicht falsch liege, wenn wir denn so eine fürchterliche Hungerskatastrophe am Horizont haben, dann müssten sich doch nur die europäischen Länder zusammentun. Die haben alle vier schon bewiesen in der Vergangenheit, dass sie mehr produzieren können. Und dann könnte ich die Getreideproduktion, die in der Ukraine ausfällt, wunderbar ersetzen. Und dann kann ich sogar sagen, Europa ist der Retter und wir haben die Welt oder Afrika vor allem vor einer Hungersnot gebeten. Die Frage ist tatsächlich, ist das gewollt? Weil die EU ja in den letzten Jahren tatsächlich dafür sorgt, mit verschiedenen Gesetzen, die zum Teil wirklich hirnverbrannt sind, die die Bauern zum Beispiel dazu zwingen, Brachflächen vorzuhalten, nichts anzupflanzen. Und das ist übrigens auch nicht geändert worden mit dem Beginn des Ukraine-Konflikts. Also wenn dieses Narrativ stimmt, dann hätte sich doch die Flinten-Uschi, die Ursula von der Leyen, Entschuldigung, sofort vor die Kamera stellen müssen und sagen müssen, wir retten die Welt, wir fahren unsere getreide Produktion hoch. Brauchen wir nicht drüber zu reden, das ist nicht passiert. Deswegen meine These, das Ganze ist gewollt. Und nicht zum ersten Mal in der Geschichte. Dann gucken wir uns das Ganze mal noch von der Abnehmerseite an. Also das ist jetzt tatsächlich die Abnehmerländer speziell von Weizen und Mengkorn aus der Ukraine. Da ist das größte Land Ägypten mit etwa 300, was ist das, drei Millionen Tonnen. Dann kommt Indonesien, Bangladesch und so weiter. Ihr seht, dann geht es relativ steil schon runter. Und ich habe mir angeguckt, wie viel haben die tatsächlich importiert. Das ist unten rechts in der Tabelle. Also Ägypten hat insgesamt importiert 12.500.000 Tonnen. Also ungefähr 25 Prozent der Importmenge kommt tatsächlich aus der Ukraine. Und das zieht sich ziemlich durch bei allen Ländern. Also wenn man sich die Zahlen anguckt, alle Länder, die Weizen aus der Ukraine importieren, ist etwa ein Viertel von dem, was sie weltweit importieren. Meine These nach wie vor könnte ersetzt werden, wahrscheinlich sogar von Europa allein, könnte mit Sicherheit ersetzt werden, wenn die UNO sagt, und wir bauen jetzt alle mehr Getreide an und ersetzen, was in der Ukraine ausfällt. Und dann, das ist auch nochmal ein interessantes Chart, dann habe ich mir auch nochmal angeguckt, wie sieht es denn mit dem Getreide überhaupt aus? Unsere drei Hauptgetreide auf der Welt ist einmal der Mais und der Reis und der Weizen. Da fällt sofort auf, dass der Reis seit 2010 ziemlich stagniert. Er kommt aus Asien, wo ich das meiste Bevölkerungswachstum habe. Trotzdem ist er ziemlich am stagnieren, also bewegt sich waagrecht. Der Weizen wächst auch kaum mehr. Und der Mais wächst absolut überproportional. Und jetzt ein Schellen, wer Böses dabei denkt, wo kommt der Mais her? Richtig vom amerikanischen Kontinent. Und wer ist das Imperium auf der Welt? Und zum heutigen Zeitpunkt, wie der Daniele ganz immer so schön sagt, das sind noch die USA. Und genau da kommt der Mais her. Stellt sich da einer so auf, dass er den Rest der Welt abhängiger machen will? Fragezeichen. Lasse ich einfach mal so im Raum stehen. Gut, das war also ein kleiner Exkurs mit Aktualitätsbezug. Einfach ein Beispiel für Propaganda, ein Beispiel für Kriegspropaganda, wie wir sie zurzeit täglich sehen. Gehen wir wieder zurück auf die Geschichtsfälschung. Und hier ist natürlich die Propaganda ein wichtiger, ganz, ganz wichtiger Part, ein ganz wichtiger Kanal, dass ich die überhaupt hinbringe. Schauen wir uns mal wissenschaftliche Untersuchungen an. Ich habe schon mal kurz erwähnt, also der Illig, der schaut sich vor allem Architektur an. Verschiedene andere Aspekte auch noch. Aber er hat ein wunderschönes Beispiel. Er hat mich einfach mal geschaut. Karl der Große, da sind wir wieder bei dem Beispiel, das mich aufgeweckt hat. Karl der Große war ja der absolute Überkaiser, der Europa mehr beeinflusst hat als jeder andere Herrscher. So wird es uns ja verkauft. Er ist der Vater von Deutschland und Frankreich, der Vater Europas. Wir verteilen Karlspreise und so weiter. Wo hat er denn architektonische Spuren hinterlassen? Und da bin ich dann leider auf Aachen beschränkt. Also da habe ich meine Kaiserpfalz und da habe ich die Pfalzkapelle. Aber in den anderen Teilen, und er soll ja ganz Europa beherrscht haben, da macht er sich rar mit den Bauwerken, die er hinterlassen hat. Das ist mal der erste Anlass. Dann hat sich der Illig die Kaiserpfalz in Aachen nochmal genau angeguckt. Und er hat festgestellt, dass der Baustil oder die Bautechnik, die dort verwendet worden ist, die Pfalzkapelle war ja zu der Zeit die größte Kuppel Europas, die unter anderem dadurch gebaut werden konnte, dass sie innen mit einem Eisenring, ich weiß gar nicht, ob es damals schon Stahl gab, egal, also irgendwas, was Ferrum beinhaltet, verstärkt war. Und dass die nötige Stabilität gegeben hat, dass die Kuppel überhaupt hält. Problem ist nur, dass in unserer Geschichtsschreibung diese Technik erst ab 1050 überhaupt auf dem Markt auftaucht. Jetzt ist aber der Karl der Große zwischen 780 und 810 unterwegs gewesen. Das heißt also, wir sind mindestens 200 Jahre von dieser Technik weg, die es ihm ermöglicht hätte, seine Pfalzkapelle überhaupt zu bauen. Dann kann ich also davon ausgehen, dass zumindest er da nicht drin war. Und es trifft auch verschiedene andere architektonische Sachen in der Aachener Kaiserpfalz zu. Also ein sehr guter Hinweis, dass der Mann so, wie sie es uns sagen, nicht existiert hat. Ein Beispiel für Nachverfolgung des Narrativs. Karl der Große soll ja eines der größten Panzerreiterheere gehabt haben, die gefürchtet waren in ganz Europa. Dann frage ich mich, wo sind von seinen Offizieren und Generälen dieser Panzerreiter und wo sind die Reitergräber? Die gibt es in den Hunderten von Jahren vorher bis zurück zu den Römern, wurden Offiziere auf ihrem Pferd, neben ihrem Pferd begraben. Die gibt es in der Zeit danach. Otto der Große und sämtliche Kaiser, die danach gefolgt sind. Aber für die Zeit Karl der Große gibt es das gar nicht. Er hatte aber das größte Heer, das es jemals gegeben hat in der Geschichte, was die Panzerreiter angeht. Also auch sehr, sehr komisch. Und es kommen noch viele, viele andere Beispiele dazu, die der Karl Illig untersucht. Der Kammmeier, wo ich euch auch gerade das Buch gezeigt habe, der beschäftigt sich viel mit Handschriftuntersuchungen. Und er hat eben zum Beispiel festgestellt, dass viele von den alten Dokumenten, die ich habe, sich die Handschrift der Mönche, sage ich jetzt schon mal gehässig, sich schon verdammt gleicht. Auch wenn die zum Teil hunderte Jahre auseinanderliegen oder aus völlig unterschiedlichen Teilen der Welt kommen. Die Handschrift sieht gleich aus. Es werden Daten ausgelassen, es werden Daten im Nachhinein zugefügt. Es wird dem Herrscher leicht gemacht zu unterzeichnen. Da gibt es so eine sogenannte Vorunterschrift, wo er dann nur noch ein Kreuz reinmachen muss und dann ist es seine Unterschrift. Es ist aber keine Unterschrift über Kaiser Wilhelm, die du eindeutig einem zuordnen kannst. So ein Kreuzchen kann jeder reinmachen. Also das sind nur so ein paar Beispiele, die darauf hindeuten, dass mit der Geschichte, die man uns so vorstellt, vielleicht auch nicht alles so in Ordnung ist oder nicht alles so stimmt, wie man es uns sagt. Und jetzt gucken wir uns mal den Fomenko an, habe ich euch vorher schon versprochen. Er fährt jetzt also einen mathematischen Ansatz und den gucken wir uns gleich an. Er vergleicht zum Beispiel die Herrscherzeiten in unterschiedlichen Ländern und er vergleicht auch die Herrscherzeiten in unterschiedlichen Epochen. Und er macht da einfach Grafen draus. Und da habe ich euch jetzt mal hier ein paar Beispiele mitgebracht. Hier auf der linken Seite zum Beispiel bleibt er in der gleichen Zeitebene. Er vergleicht jetzt mal das russische Reich zu der Zeit, das Russian Horde Empire wurde das genannt, zwischen 1276 und 1600. Und auf der rechten Seite guckt er sich die gleiche Zeit an im Habsburger, also in Österreich-Ungarn, zwischen 1273 und 1600. Und dann hat er also eine Mittelachse gemacht und jetzt guckt er sich einfach an, wie lange saßen die jeweiligen Herrscher auf dem Thron. Und dann sehe ich zum Beispiel, wir fangen hier mal oben an, bei den Russen war es der Dimitri, der saß 18 Jahre auf dem Thron, bei den Habsburgern saß der Rudolf von Hagsburg auch 18 Jahre auf dem Thron. Naja, okay, kann ja Zufall sein. Dann gehen wir weiter, dann haben wir hier ein Michael de Holi, der war 15 Jahre auf dem Thron, auf den Habsburgern der Adolf Nass 16 Jahre, Juri de Muscovic 6 Jahre, der Henry 5 Jahre, dann hier mal sogar mal ein bisschen größeren Unterschied, 3 Jahre und 8 Jahre, dann wieder 31 Jahre, 33 Jahre, 30 Jahre, 31 Jahre. Also ihr seht schon, wenn ich mir den ganzen Graph angucke, die Herrscherlängen in diesen zwei völlig unterschiedlichen Ländern war schon ziemlich ähnlich. Vielleicht haben die alle das Gleiche gegessen und zwar immer zur gleichen Zeit der richtige Giftstoff im Essen, oder das Essen war so gesund, dass sie alle über 30 Jahre auf dem Thron saßen. Aber ich sage jetzt mal, komisch, wenn ich das einmal sehe, könnte es noch ein Zufall sein. Aber jetzt hat er sich noch andere Teile angeguckt. Hier hat er jetzt mal zwei verschiedene Epochen angeschaut. Also wir haben jetzt hier links England zwischen 643 und 1327 und rechts gucken wir uns an das Byzantinische Empire, also Konstantinopel. Konstantinopel. Und auch da sieht man wieder, wenn ich mir den ganzen Graphen anschaue, schaut schon verdammt ähnlich aus. Und einfach nur dadurch, dass ich die Zeitlinien so ein bisschen verschoben habe und da kommt noch der Verdacht hoch, dass man vielleicht bei einem anderen Land abgeschrieben hat. Ich habe also irgendwo, der Illi kommt ja auch zu dem Schluss, dass mindestens 300 Jahre Geschichte eingeschoben worden sind von den Mönchen. Und wenn ich so etwas mache, wenn ich 300 Jahre jetzt zum Beispiel in Frankreich erfinde, für Karl den Großen oder sowas und seine Nachfolger, dann muss ich ja für den Rest der Welt die Herrscher dazu erfinden. Weil sonst passt es ja nicht mehr zusammen. Wenn ich irgendwo 300 Jahre einschiebe, muss ich die auf der ganzen Welt einschieben. Und dann greife ich eben auf andere Epochen zurück und dann entsteht sowas, wie ich hier sehen kann. Noch ein Beispiel. Hier haben wir auch zwei verschiedene Epochen. Hier haben wir einmal das Heilige Römische Reich zwischen 1000 und 1300, also das Heilige Römische Reich der deutschen Nation. Und rechts dagegen, ups, Entschuldigung, da kam jetzt von oben wieder, wie kriege ich denn, jetzt ist es wieder weg, okay. Und rechts habe ich das Königreich von Judah. Und das hier ist also wirklich fast perfekt achsensymmetrisch. Es schaut aus, wie so ein Graf, wie so ein Urnengraf von der Bevölkerung. Rechts Männlein, links Weiblein. das ja in der Regel auch ähnlich ist, wobei die Frauen ein bisschen älter werden. Aber genau so schaut es aus. Also auch hier wieder und hier als letztes Beispiel. Hier haben wir die letzte königliche Periode von Athen und rechts haben wir das Pythansinische Empire. Auch hier wieder leicht verschoben, so um die 150, 180 Jahre. Aber auch das hier fast achsensymmetrisch. Das sind also so Grafen, die der gemacht hat, die er eben von Computern auswerten lässt. Und so hat er diese Übereinstimmung gefunden. Und ich sag mal, also bei mir löst das mehr als ein Stirnrunzeln aus. Er macht auch noch andere Grafen oder andere Darstellungsformen. Also hier zum Beispiel hat er auch unten das Byzantinische Empire, jeweils mit dem Zeitstrahl dazu, zwischen 360 und 600. Oben hat er das Königreich Essex auf der britischen Insel zwischen 640 und 880. Und hier sieht man auch wieder die Herrscherzeiten. Die schwarzen Balken sind die Herrscherzeiten. Sieht sich sehr ähnlich. Hier hinten im rechten Bereich, da sind die Mönche vielleicht schon ein bisschen schlauer geworden. Da haben sie hier und da mal einen Kreuztausch gemacht. Aber auch eben wieder interessant. Es läuft nicht komplett auseinander, sondern es wird auch wieder ein systematischer Kreuztausch gemacht. Also irgendeiner hat sich da noch ein bisschen Verschleierung überlegt. Aber so richtig verstecken können sie es eben nicht, wenn man mit mathematischen Methoden rangeht. Also machen wir mal eine zusammenfassende These und das ist die Entschuldigung, das ist die zusammenfassende These aus meinem ersten Vortrag, den also der, den noch nicht gesehen hat, auf den Kanälen von Frank und von Marc angucken kann oder auch von Klaus Thomas Bachheimer. Da habe ich den auch nochmal gehalten. Also Groß-Tartaria war bis zum Untergang eine friedliche Meldmacht mit überlegener Technologie, zum Beispiel freie Energie. die die Seemächte verschwinden ließ, um weiteren Profit im Handelsrecht zu machen. Ein Stichwort sind die fossilen Brennstoffe. Der Nikola Tesla, als ein Beispiel, hat diese freie Energie zum Teil wiederentdeckt. Interessant ist, dass große Teile seiner Aufzeichnung nach seinem Tod 1941, der ist im New Yorker Hotel in New York, verstorben, verarmt, verstorben, weil man damals den, in Klammern, Freimaurer Thomas Edison, gepusht hat. Seine Technologie hat sich durchgesetzt und der Tesla, der mindestens genauso viele Erfindungen gemacht hat, jawohl, da zeigt der Frank das Buch genau, den hat man praktisch in die Armut getrieben, der ist verarmt, gestorben und viele, viele seiner Bücherkisten oder seiner Aufzeichnungskisten sind 1941 einfach verschwunden. Da ist irgendjemand durch sein Hotelzimmer gepobt und die Sachen sind verschwunden. Freie Energie, hat sich die irgendeiner gekrallt, liegt die heute noch in der Schublade, weil man sie uns nicht geben will und weil man uns zum Beispiel lieber Öl verkauft, als uns freie Energie zu liefern. Weitere Stichworte wären Big Pharma, auch hier steckt ja wie beim Öl auch der Rockefeller dahinter. Er hat die gesamte Pharmaindustrie umgestellt von natürlicher Heilkunde, germanischer Heilkunde könnte man sagen, hat die Lehrbücher aus den Universitäten verbrannt und hat dafür gesorgt, dass wir heute eine weitestgehend Öl- und Chemie basierte Pharma haben, die übrigens auch weitestgehend dafür sorgt, dass wir wunderbar die Symptome bekämpfen, aber nicht die Grundursache der Krankheit, weil sie eben viel mehr daran interessiert sind, um uns das ganze Leben über irgendeine Pille zu verkaufen, anstatt dass sie zum Beispiel hohen Blutdruck an der Wurzel packen und tatsächlich zum Verschwinden bringen. Das kann die Naturheilkunde viel, viel besser. Also nochmal für die, die von Tartaria heute das erste Mal hören, ich habe es nachgewiesen im ersten Vortrag vor allem an einer Vielzahl von alten Landkarten. Ich habe jetzt mal die rausgesucht, weil die ganz besonders interessant ist aus einem Grund. Wir haben hier also den asiatischen Teil von Groß-Tartarien. Hier ist Europa, also man sieht hier das Kaspische Meer, es zu der Zeit wohl noch ein bisschen anders aussah oder vielleicht auch falsch kartografiert ist. Hier ist das Schwarze Meer. Aber das Interessante ist, dass ich hier rechts eben den amerikanischen Kontinent habe. Ich muss mal das ein bisschen verschieben. Genau hier steht Amerika und Tartaria eben mit hoher Wahrscheinlichkeit auch auf dem amerikanischen Kontinent war. Ich habe das das letzte Mal ja nachgewiesen, anhand von einigen Bauchwerken unter anderem. Also, binden wir mal die zwei Schnürsenkel zusammen. Tartaria und Geschichtsfälschung, weil Tartaria ist ja aus der Geschichte rausgefälscht worden. In offiziellen Geschichtbüchern findet man es nicht mehr. Wie fabriziere ich Geschichtsfälschung? Einmal, indem ich die Medien beherrsche, indem ich Zensur einführe und zum Beispiel Tartaria einfach rausschreibe. Wunderbares Beispiel dafür ist der Enzyklopädier Britannica. In der Ausgabe von 1770 wurde dem Land Tartaria oder dem Großreich Tartaria zwei komplette Seiten spendiert. In der nächsten Ausgabe ist es völlig verschwunden, wurde einfach völlig ignoriert. Nichtsdestotrotz finde ich es natürlich noch auf den Landkappen. Ich kann das Geschichtsnarrativ zentralisieren, hat man im Mittelalter und auch später dadurch gemacht, dass man sich praktisch die ganze Bildung, sogar die Leute, die schreiben konnten, ins Kloster gezogen habe. Man sagt es uns zumindest so, dass es über weite Teile der Geschichte tatsächlich nur die Mönche die Geschichte aufgeschrieben haben. In den Klöstern wunderbar zentralisiert, schön abgeschottet, Mauer außenrum, von außen kommt nichts rein, von innen kommt nichts raus. Besser kann ich ein Narrativ nicht kontrollieren. Heute mache ich sowas über Webseiten und heute mache ich sowas über E-Books und mir kam auch so ein Gedanke dabei. Überlegt euch einfach mal, ich habe ein Amazon Kindle, ich habe andere E-Readers, ich muss mir noch nicht mal die Mühe machen, die Bücher zusammenzusammeln und sie zu verbrennen oder die Bibliotheken zu verbrennen. Jeff Bezos kann sich morgen hinsetzen, wenn ihm irgendein Buch nicht mehr passt, wenn ihm zwei Seiten aus irgendeinem Buch nicht mehr passen und er löscht sie einfach. Und wenn wir alle beim nächsten Mal das E-Buch in die Hand nehmen, dann sind die zwei Seiten einfach nicht mehr drin. Wunderbar kontrolliert, wie gesagt, ich muss noch nicht mal mehr die Bibliotheken anzünden und in der Vergangenheit, das auch nur als kleine Anekdote, sind ja weit mehr Bibliotheken abgefackelt als nur die in Alexandria. Alexandria weiß jeder, aber dass im ausgehenden Mittelalter auch St. Petersburg, Leipzig, Weimar, Paris, Rom, überall Bibliotheken gebrannt haben und dass zum Beispiel auch in jüngster Zeit in Amerika alle möglichen Sachen abfackeln, jetzt im Moment sind es Lebensmittelbetriebe, die abfackeln, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Gut, ein beliebtes Mittel ist eine schleichende Änderung des Narrativs. Wenn ich es nämlich zu schnell mache und zu fix mache, dann kommen die Leute drauf, vor allem die Leute, die zum Beispiel bei der Weltausstellung, was ich auch beim letzten Mal erwähnt habe, die Gebäude noch kennen, seit sie Kind sind und wenn die dann plötzlich abgerissen werden, die glauben natürlich nicht, weil sie noch selber durchgelaufen sind, dass das nur Pappmaché und Holz war. Denen muss man natürlich was anderes erzählen. Ich könnte mir vorstellen, dass man den dann erzählt hat, ja hier muss jetzt ein neues Industriegebiet hin, den alten Kram hauen wir jetzt weg. Aber in dem Moment, wo der Kram dann weg ist, dann kann man wunderbar den nachfolgenden Generationen erzählen, das war alles nur Pappmaché, haben wir alles nur für die Weltausstellung hingestellt und danach haben wir es abgerissen. Und dann, also die schleichende Änderung des Narrativs und irgendwann ist das neue Narrativ etabliert, irgendwann steht es in den Geschichtebüchern drin, irgendwann ist es in meinem Iri da drin, und das alte Wissen, die alten Leute, die es noch in Natura gesehen haben, sind weggestorben und dann habe ich mein neues Narrativ, das nicht mehr korrigierbar ist so ungefähr. Ich habe es gerade schon gesagt, also Architektur ist natürlich ein bleibender Wert, sage ich mal, der auch nicht immer leicht zu zerstören ist. Nichtsdestotrotz wird wird natürlich auch das gemacht, Weltausstellung, habe ich gerade schon gesagt, gerne genommen, natürlich auch Kriege. Wenn man sich zum Beispiel Dresden anschaut, Dresden war und ist, Gott sei Dank, weil das eine oder andere wieder aufgebaut wurde, gespickt mit tartarischer Architektur. Dresden hat man in Schutt und Asche gebombt, Würzburg hat man in Schutt und Asche gebombt, da ist schon deutlich weniger wieder aufgebaut worden, auch Nürnberg. Wenn man da alte Bilder sieht, noch vor dem Zweiten Weltkrieg, eine traumhaft schöne Stadt, die leider heute durchsetzt ist mit den schönen Blockbauten aus den 50er und 60er Jahren, einfach weil man schnell Wohnraum gebracht hat. Nürnberg war ja die am meisten zerstörte Stadt in Deutschland. Vermeintliche Modernisierung ist natürlich auch immer gern genommen und ein Beispiel, das mir sofort in den Kopf kommt, wenn ich mir zum Beispiel den Tabelstein angucke im Steigerwald, oben riesengroße Pyramidenblocks, Meniere, Monolithen, die da rumliegen, die kein Mensch da hochgetragen haben kann, steht eine Burg drauf. Ich stelle mir das ungefähr so vor, dass der Bischof damals irgendeinen Raubritter sich geholt hat und gesagt hat, du weißt du was, ich schenke dir einen Berg, da guck mal, da drüben steht eine Pyramide, steht ein altes Gebäude, nimm dir die Steine, bau dir eine Burg drauf, sorg dafür, dass der Rest von dem Berg so bewachsen ist, dass man nicht mehr sieht, dass das mal eine Pyramide war. Dann gehört das ganze Ding dir. Wir haben die alte Kultur, ob es jetzt Tartaria war oder was Älteres, ist erstmal egal, aber wir haben das ganze Ding versteckt und der Raubritter gibt Ruhe und der Sachtheim. Und schon habe ich wieder einen architektonischen Beweis aus der Geschichte rausgebracht. Technologie, auch da kommt mir sofort der Gedanke, Unterdrückung von Patenten. Warum habe ich Patente überhaupt erfunden? Wird uns natürlich verkauft, damit ich meine Erfindung beschützen kann, ist ja auch ein schöner Anspruch. Ich kann es aber auch nutzen, dass ich mir die Patente zusammenkaufe, wenn ich genug Geld habe und ich lege sie einfach in die Schublade. Wie zum Beispiel geschehen mit verschiedenen Technologien. Wir wissen ja inzwischen von Autos, die in den 80er Jahren schon mit drei Liter Benzin gefahren sind. Da hatte aber kein Ölmagnaten Interesse dran, dass die auf den Markt kommen. Kaufe ich die Patente auf, lege sie mir in die Schublade und sorge dafür, dass wir weiter zehn, zwölf, fünftel Liter Autos fahren. Und das Ganze, das Benzinsparen nur langsam zulassen. Literatur gibt es, Zensur, auch wunderschöne Beispiele. Kurz vor der deutschen Revolution von 1848 hat man einfach gesagt, alles, was unter 500 Seiten hat, nage ich mich jetzt nicht auf die Seitenzahl fest, aber das wird zensiert. Das muss durch die staatliche Kontrolle. Und genau daran liegt es auch, warum sämtliche regierungskritischen Werke aus der Zeit Riesenwälzer sind mit 600 Seiten und mehr. Und damit erreiche ich natürlich gleichzeitig, wer nimmt so einen Wälzer schon in die Hand? Einer, der sehr langsam liest oder sehr schlecht liest, mit Sicherheit nicht. Und schon habe ich wieder dafür gesorgt, dass auch die Literatur nicht so zum Tragen kommt, wie sie es vielleicht könnte oder sollte. Kunst wird umgedeutet, indem ich zum Beispiel Stilepochen erfinde. War Barock und Rokoko wirklich eine andere Stilepoche oder ist es eigentlich die gleiche, die einfach nur unterschiedlich verspielt war. Aber ich teile einfach die Stilepochen und ich ordne sie unteren unterschiedlichen Stilepochen zu. Sind wirklich alle Sachen, die heute dem Renaissance zugeschrieben werden, sind die aus der Renaissance? Sind sie älter? Sind sie neuer? Auch da schwer nachzuweisen. Weil auch mit der C14-Methode kann ich das Alter von Steinen nicht unbedingt nachweisen, wobei es ja sowieso fraglich ist, ob die C14-Methode so funktioniert, wie man es uns sagt, mit lebendem Gewebe vielleicht schon, aber mit Stein tut man sich verdammt schwer. Und ein weiteres und letztes Beispiel jetzt, was es auch gibt, ist noch Ächtung von Symbolen. Also wenn man sich zum Beispiel die Swastika, die ja ein uraltes Symbol ist, des Sonnenrades, ein Glücksymbol ist, die man heute zum Beispiel noch beim Buddha zum Teil auf der Stirn oder auf der Brust findet, Swastika wurde mit dem Dritten Reich nach, also wirklich nachhaltig geächtet und diskreditiert, ist in Deutschland oder in Europa so nicht mehr verwendbar. Runen ist genau das gleiche, viele Nazi-Organisationen hatten Runen in ihren Zeichen, in der Ukraine sehen wir das auch heute noch, da werden Runen verwendet, auch die dadurch geächtet. Oder ein letztes schönes Beispiel, die Pickelhaube. Geh heute mal mit der Pickelhaube durch die Fußgängerzone, du bist sofort der Ultra-Nazi. Da sind wir wieder bei dem Narrativ, was wir vorher hatten, der blutrünstige Deutsche im Ersten Weltkrieg, der eben die Pickelhaube aufgesetzt hat und die belgischen Kinder abgeschlachtet hat. Das sind einfach Symbole, die diskreditiert werden oder wurden und die dafür sorgen, dass eine Hochkultur verschwindet, dass man auch nicht mehr über sie reden will oder sich gar nicht traut, über sie zu reden. Gut, gucken wir uns noch mal Herrscherprinzipien an. Das wichtigste Herrschaftsprinzip ist einfach der klassische Machiavelli. Teile und Herrsche. Und wenn man sich die Geschichte anschaut, solange es geschichtliche Auszeichnungen gibt oder Aufzeichnungen gibt oder solange der Mensch existiert, die herrschenden spalten liebend gerne vertikal nach zum Beispiel Religionen, nach Nationalität, nach Hautfarbe, nach Kultur, nach Sprache, was ihnen auch immer einfällt. Heute spaltet man nach Gender, nach politischen Parteien. Also die Liste ist ewig lang und wenn die Spaltung auf der einen Seite nicht mehr funktioniert, weil sich zum Beispiel zwei Nationen plötzlich wunderbar verstehen, dann erfindet man irgendwas anderes, um einen Keil dazwischen reinzutreiben. Das ist also die Spaltung, die immer wieder gemacht wird, einfach weil es für die Herrschenden viel, viel leichter ist, kleine Gruppen von Menschen zu kontrollieren als zum Beispiel eine Nation. Der wahre Krieg, der läuft und der wahre Krieg, den wir auch jetzt gerade wieder sehen, läuft aber nicht nach den vertikalen Spaltungen. Man sagt uns, jetzt kämpft Russland gegen die Ukraine zum Beispiel, also eine klassische vertikale Spaltung. Der wahre Krieg läuft aber nach meinem Dafürhalten in einer horizontalen Spaltung, nämlich die da oben, wir können sie Elite nennen, wir können sie den tiefen Staat nennen, die Brüder haben viele verschiedene Namen, das sind die da oben gegen den Rest der Menschheit. folgt einfach der Erkenntnis, dass immer, wenn ich Menschen in Ruhe lasse, wenn ich den Handel ungehindert zulasse, wenn ich die Menschen sich austauschen lasse, die haben kein Interesse dran, die Deutschen stehen nicht einfach auf und marschieren nach Russland und umgekehrt, die Russen stehen nicht einfach auf und marschieren nach Deutschland oder noch weiter nach Frankreich und machen sich gegenseitig platt. Dafür sorgen immer die Herrschenden, die die Völker gegeneinander aufsetzen, die zum Beispiel an der Hungerschraube drehen, die zum Beispiel aufstacheln, wie wir es jetzt jeden Tag sehen, am Beispiel mit der drohenden Hungerkatastrophe. Das ist der wahre Krieg, der wir uns als, ich würde mal sagen, die Masse der Menschen ist friedliebend, aber damit sehen wir uns konfrontiert. Das zweite Element, Panem et Cirzenses, Brot und Spiele übersetzt, Beispiele hierfür, in der Antike oder bei den Römern der Circus Maximus habe ich euch hier ein Bildchen mitgebracht, also Gladiatorenkämpfe, heute ersetzt durch Fußball, durch Konzerte, durch Kino, dann natürlich durch Fernsehen. Meine Gladiatorenkämpfe kann ich mir heute auch geprost nach Hause holen. In Computerspielen kann ich sie umsetzen, im iPhone kann ich sie umsetzen, Also die Ablenkung, das Brot und Spiele wird heute tatsächlich bis aufs Wohnzimmer runtergebrochen und bis auf die Hand von jedem Einzelnen runtergebrochen. Jeder hat das iPhone in der Hand und jeder kriegt im Minutentakt Meldungen und ich sorge dafür, dass die Leute große Zusammenhänge, nämlich die Zeiträume in den der tiefe Start hängen, in 100 Jahren oder sogar in Hunderten von Jahren, das wird uns aktiv aberzogen, weil wir leben in einem immer kürzeren Rhythmus, wir kriegen die sogenannten News in einem immer kürzeren Rhythmus und denken schon gar nicht mehr in diesen Zeiträumen, weil es uns einfach abtrainiert wird. Am meisten merkt es zumindest meine Generation, wir kennen noch alte Musikvideos von Peter Alexander am Wolfgangsee, da haben wir eine Kameraeinstellung und der Peter Alexander läuft mit seiner Herzensdame durch und die Kameraeinstellung wechselt kein einziges Mal. guckt euch heute mal auf MTV ein neues Video an, habt ihr Glück, wenn die Kameraeinstellung nicht einmal alle drei Sekunden wechselt. Also auf mich wirkt das zum Teil schon wirklich wie flimmern und das ist, also ich nenne das tatsächlich, das ist Taktung. Wir werden immer kürzer gepaktet und man nimmt uns die Fähigkeit in längeren Zeiträumen zu denken und man nimmt uns die Fähigkeit disziplinübergreifend zu denken und das wird ganz bewusst gemacht. Dann noch zum guten Schluss das beherrschende Prinzip. Was machen die Mächtigen mit uns? Ganz, ganz beliebtes Mittel, was wir immer wieder sehen, ganz egal wie weit wir in der Geschichte zurückgehen, es wird ein Problem erschaffen, jetzt zum Beispiel der Krieg, jetzt die Hungersnot, es wird ein Bedarf erschaffen bei den Menschen. Ich erzeuge persönlich erlebbare Nöte bei den Menschen, ich erzeuge einen Mangel, der letzte Mangel ist immer der Hunger, war es auch immer schon in der Vergangenheit, weil hier gehe ich den Menschen ja tatsächlich direkt ans Leben, hier müssen sie reagieren, weil wenn sie kein Fressen kriegen, dann sterben sie und dann kann ich mich natürlich als Staat oder als Mächtiger wunderbar als Retter präsentieren, indem ich nämlich eine Lösung anbiete. Die Römer haben das schon gemacht mit ihren staatlichen Kornspeichern, die sie dann rechtzeitig geöffnet haben und ihren Leuten ein Scheffel Korn zur Verfügung gestellt haben, aber dann kann ich natürlich diese Lösung wunderbar verkaufen mit einer kleinen Bedingung. Zum Beispiel, lieber Bauer, ich versorge dich mit Essen in der römischen Zeit, aber dein Erstgeborener kommt in die römische Legion. Heute könnte man sich zum Beispiel vorstellen, ja, ich gebe dir was zu fressen, aber lass dir erst mal einen Chip implantieren, mit dem du dann im Supermarkt bezahlst oder das liegt für uns vielleicht noch näher, lass dich erst mal impfen, weil wenn du dich nicht impfen lässt, kriegst du auch nichts zu essen. Und wenn du zu sehr aufsprichst gegen den Staat, dann schalten wir dir deinen Geldchip ab und der Martin Hipp kauft dich nichts mehr im Supermarkt. Auch mal nur was, um drüber nachzudenken. Gut, gucken wir uns die Gegenspieler an. So langsam ziehe ich die Kurve wieder zurück nach Tartaria. Die Gegenspieler waren ganz klassisch über die letzten 100 Jahre die Seemächte. Auf der einen Seite habe ich ausführlich hergeleitet dem ersten Vortrag, nämlich der Vatikan, Großbritannien und die USA. Das ist also das aktuelle Dreieck, das jetzt die letzten 100 Jahre beherrscht hat, gegen die Landmächte, Russland und Deutschland vor allem, und eben, Hajo Müller hat es gestern gesagt, also Russland existiert maximal 200 Jahre, dann sind wir da, wo der Napoleon nach Moskau marschiert ist, habe ich auch in meinem ersten Vortrag darüber geredet. Davor war es Tartaria und Tartaria natürlich eine klassische Landmacht, die irgendwann von den Seemächten vernichtet wurde und dann buchstäblich aus der Geschichte rausgeschrieben wurde. Auch noch eine kleine Fußnote, warum ist Deutschland oder warum war Deutschland eigentlich der Gegenspieler der Seemächte von diesem Dreieck Vatikan, Großbritannien und USA? Ganz einfach, weil die Verfassung von 1871 tatsächlich dafür gesorgt hat, dass der Vatikan aktiv draußen gehalten worden ist. Schlagworte dafür, der Bismarck hat damals die Jesuiten verboten, er hat die Katholiken aus dem Ministerium rausgeschmissen, das ist der sogenannte Kulturkampf. Er hat sich damals erkauft, dadurch, dass er gesagt hat, ich treibe euch eure Kirchensteuer ein, die haben wir bis zum heutigen Tag, das sind eines der ganz wenigen Länder, die die Kirchensteuer staatlich eintreibt, dafür aber die Kirche rausgehalten hat. Das hat sich natürlich geändert mit dem Untergang des Deutschen Reiches. Weiteres Indiz, die kleindeutsche Lösung ist ja ohne das katholische Österreich ausgekommen. Das liegt auch da dran, weil eben bei der kleindeutschen Lösung die Katholiken Schrägstrich der Vatikan rausgeschmissen wurden und das Habsburger Reich war ja lange die Schutzmacht des Vatikan, weil sie eben auch katholisch waren. Was in Deutschland galt, war das preußische Landrecht, das mir deswegen sehr sympathisch ist, weil im Artikel 1 sogar drinsteht, dass die Einwohner von Preußen und später dem Deutschen Reich Menschen sind und eben keine juristischen Personen und weil der Frieden in der Verfassung festgeschrieben ist. In welcher Verfassung finden wir das? Ich würde mir wünschen, die amerikanische Verfassung hätte den Frieden festgeschrieben. Dann hätten wir nämlich nicht die Kriege erlebt, die wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben. Und das Reich, das Deutsche Reich von 1871 war lediglich ein Schutzbund nach außen. Übrigens auch wichtig zu wissen, das Deutsche Reich ist deswegen nicht in Berlin gegründet worden, weil dort das preußische Landrecht galt. Das Deutsche Reich war ja lediglich ein Schutzbund nach außen, nämlich der 26 Bundesländer oder Bundesstaaten, also Königreich Bayern, Großherzog Blumen Baden, Königreich Sachsen, wie sie alle heißen, Freie Hansestadt Hamburg war es glaube ich damals auch schon. Es war ein Schutzbund nach außen, weil sie drangsaliert wurden vom Vatikan und musste deswegen auch im Ausland gegründet werden und ist ja auch in Paris, in Versailles nach dem Sieg über Frankreich im 70er, 71er Krieg gegründet worden. Das ist kein Zufall. In Berlin hätte es gar nicht gegründet werden können, weil dort das preußische Landrecht galt. Wichtiger Grundsatz, das Recht gilt da, wo es gegründet worden ist. Eine kleine Anekdote, um auch das zu untermauern, das Lied oder der Militärmarsch Frederikus Rex hat natürlich auch Strophen, die man heute nur noch sehr selten findet, in der Regel zeigt man uns nur die ersten drei. In der Strophe Nummer vier kommt vor, die Kaiserin hat sich mit den Franzosen alliiert, das ist in dem Fall die österreichische Kaiserin, und das Römische Reich gegen mich revolgiert. Hier steht schwarz auf weiß, das Römische Reich, der Vatikan gegen Preußen, schon zum damaligen Zeitpunkt. Und die Russen sind zu der Zeit auch noch in Preußen eingefallen, das war also tatsächlich diese Situation der Preußen, weil sie einfach zu erfolgreich geworden sind, ausgesetzt waren, man hat immer auf sie eingeschlagen, obwohl in der Verfassung der Frieden festgeschrieben war. Gut, dann nochmal kurz zum Abholen, die noch vorhandene Stellung der USA als tatsächlich erste wirklich weltummachende, umspannende Weltmacht, also alles was blau ist, ist die NATO und jedes Land, in dem die USA einen Militärstützpunkt haben. Es stellt also sogar das britische Weltreich noch weit in den Schatten, zeige ich auch im ersten Vortrag. Hier sieht man dann auch, wo Russland heute ist, also die haben als einzige Auslandsstützpunkte tatsächlich Vietnam, Georgien, Syrien und was ist das das kleine hier noch, das müsste Kyrgyzstan sein, aber das war es schon. Ansonsten ist Russland tatsächlich in die Ecke gedrängt und genau deswegen Georgien. Ja, das ist Georgien, das Grüne. Genau, prima, Dankeschön. Und genau deswegen ist es ja für die Russen eigentlich auch von einem geostrategischen Standpunkt aus unmöglich, jetzt auch noch zuzulassen, dass die Ukraine blau wird, da wo ich jetzt gerade hinzeige, weil von da marschierst du über die, über eine Ebene, gerade hoch nach Moskau und noch weitere Tausende von Kilometern extra Grenze direkt mit der NATO, obwohl ja versprochen worden ist, ist, dass sich die NATO keinen Zentimeter nach Osten bewegt. Also das wissen wir auch alle, das ist ganz, ganz anders gekommen. Und das war die zentrale Folie des ersten Vortrages, die möchte ich euch auch nochmal zeigen. Es hat sich in den letzten Jahren fast unbemerkt eine neue Organisation gebildet, nachdem ja der Warschauer Pakt komplett zerfallen ist, auch mit dem mit dem Zerfall der Sowjetunion sowieso. Es hat sich die Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit gebildet. Und darin finde ich jetzt einen Zusammenschluss zwischen Russland, Kasachstan, China, Kirgistan, Tatschikistan, Usbekistan und Afghanistan. Entschuldigung, Afghanistan hat einen Beobachterstatus, weiterhin Beobachterstatus, Iran, Pakistan und Indien, also alles, was hier ein bisschen heller dargestellt ist. Das sind die Länder, die sogar einen Beobachterstatus an der UNO haben, aber von dieser Schanghaier Organisation hört man so gut wie nichts, dass die Russen und die Chinesen miteinander liebäugeln. Das kommt in irgendwelchen bösen Narrativen manchmal hoch, aber die anderen werden völlig ignoriert. Und über die Karte legen wir jetzt mal eine andere Karte drüber, nämlich eine historische. Und da fällt euch sofort was auf. Überall, wo früher, das ist eine Karte von 1588, wenn ich mich richtig erinnere, überall, wo früher Tartaria stand, die unabhängige Tartarien, das chinesische Tartarien und hier Tartaria, Russ, wie sie es nennen, das entspricht fast exakt dieser Schanghaier Organisation. Ich gehe nochmal zurück, weil es so schön ist. Also wirklich, und das war ja eine meiner Thesen aus dem ersten Vortrag, was hier gerade passiert ist, alte Mächte finden sich wieder und schlagen jetzt zurück gegen die Seemächte. Und der Ukraine-Krieg ist meines Erachtens tatsächlich ein Ausfluss oder ein Auswuchs oder ein Endkampf, wo sich das Blatt wendet oder wenden könnte. Genau, das war ja nochmal der geostrategische Ansatz, was ich auch gerade schon gesagt habe. Also hier Ukraine, von hier aus keine, kein natürliches Hindernis in Form von Bergen nach Moskau. Und das ist genau der Grund, warum der Putin das auch nicht zulassen kann von einem geostrategischen Standpunkt aus. Und es ist ja nach dem Ersten Weltkrieg sind alle diese Kunststaaten gegründet worden. Also eben Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, die gab es ja alle vorher nicht. Die waren vorher alle Teil, vor allem von Österreich, Ungarn, des Deutschen Reiches und von Russland. Teilweise gab es ja noch nicht mal Polen. Ganz bewusst, um hier eben dieses Herzland, Herzlandtheorie von McKinder ist vielleicht ein Begriff von 1904, um ganz bewusst dieses Herzland aufzuspalten und vor allem das erste Ziel der amerikanischen Außenpolitik zu erreichen, dass nämlich deutsches Kapital und deutsches Know-how, deutsche Ingenieurskunst niemals zusammenkommt mit russischer Arbeitskraft und russischen Rohstoffen. Weil das wäre sofort eine Macht gewesen, die sowohl die Engländer als auch die Amerikaner in den Schatten gestellt hätte und die sie niemals kontrollieren könnten. Weil du den ganzen eurasischen Kontinent so viele Truppen kannst du gar nicht haben, vor allem in den zwei Ländern USA und England nicht, um das militärisch zu kontrollieren. Also schafft man oder balkanisiert man das Herzland buchstäblich und sorgt dafür, dass diese zwei Länder nicht auseinanderkommen und man sorgt sogar noch dafür, dass sie sich in zwei Weltkriegen tatsächlich gegenseitig bekämpfen und sogar gegenseitig schwächen und dezimieren. Während ich schön von außen zugucke, wie sie das tun. Und auch das ist kein Zufall. Die Amerikaner und die Engländer haben sich massiv Zeit gelassen im Zweiten Weltkrieg. Stalin hat schon 1942 nach der zweiten Front geschrieben. Man hat sich Zeit gelassen bis 1944 und in der Zeit haben sich die Deutschen und die Russen schön dezimiert und dann kamen die Westmächte rein und haben die Scherben aufgesammelt. Gut, auch noch interessant, Bevölkerungsstand in absoluten Zahlen und Bevölkerungsentwicklung. Wir sehen also, dass Westeuropa weitestgehend aufwächst. Also Zuwachs hat England etwa um die 10 Prozent, Spanien um die 10 Prozent, Deutschland ist eine der Ausnahmen. Wir haben nämlich nur einen Zuwachs von 0,2 Prozent, also fast Gleichstand. Hier wird verglichen 2017 mit 2050, wird also prognostiziert. Interessant, dass Russland und ganz Osteuropa und auch Italien die Bevölkerung fällt. Also auch hier genau in diesen balkanisierten Ländern und in Russland selber wird dafür gesorgt, dass die Bevölkerung fällt und in Deutschland wird dafür gesorgt, dass wir zum Beispiel mit der gesteuerten Migration, die wir auch haben, das ordentlich durchgemischt wird, dass auch nicht zu viel wächst, einfach um wiederum das Herzland schwach zu halten. Was stark wächst, ich greife nur ein Beispiel raus, ist die Türkei, wo fast 20 Millionen Wachstum erwartet wird und was stark wächst, sind die Seemächte, wobei auch schon wieder nicht so stark, aber es wird auch dafür gesorgt, umgekehrt, dass die klassischen Landmächte sich rückwärts entwickeln. Gut, also jetzt liegen wir aber wirklich auf Tartaria ein. Was war Tartaria? Ein einheitlicher Sprach- und Kulturraum der vedisch-tartarischen Hochkultur. Gebiet, wie wir schon gezeigt haben und ein paar Karten zeige ich euch noch, wahrscheinlich Europa, Asien und Nordamerika. Am sichtbarsten wird es an der Architektur. Ich finde nämlich weltweit klassizistische und griechisch-römische Architektur, sie wird uns zumindest so verkauft, sie wird auch ganz bewusst in unterschiedliche Epochen eingeordnet, aber mir ist es das erste Mal aufgefallen, als ich eine Geschäftsreise nach Shanghai gemacht habe, bin dort am Gelben Fluss langgelaufen und sehe plötzlich überall klassizistische Gebäude, man tut es dann ab, ja, hier waren irgendwann die Engländer und haben das alles gebaut, aber wenn man sich die Gebäude dann mal anschaut, wenn man sieht, dass die mit hoher Wahrscheinlichkeit deutlich älter sind, dass auch zum Beispiel das amerikanische Kapitol, der Mormonentempel, über den habe ich im Detail gesprochen im ersten Vortrag, mit sehr sehr hoher Wahrscheinlichkeit viel viel älter sind, als sie uns verkauft werden, dann habe ich einen Indiz dafür, dass es wohl eine weltweite Kultur gegeben hat, die eben immer noch sichtbare Architekturzeugnisse hinterlassen hat, alle hat man dann eben doch nicht kaputt gekriegt, durch die Kriege und durch die Weltausstellungen. Dann finde ich internationale ähnliche Bau- und Stilelemente. Wollte einer was sagen? Nein, passt, alles gut. Kein Problem, genau. Wir finden zum Beispiel weltweit die sogenannten Starforce, Sternenforce, weltweit über sämtliche Kontinente verteilt finde ich die und sogar in der Wüste von New Mexico kann ich noch die Grundrisse sehen, das Ford Union, angeblich ein Vor aus dem Bürgerkrieg oder der Sockel von der Freiheitsstatue. In Russland gibt es die, es gibt Sternenstädte in Holland, nachher sehen wir noch ein paar Bilder dazu, also die gibt es weltweit. Türme und Kuppeln finde ich überall, finde ich zum Beispiel in den Heiligtümern der drei großen monotheistischen Religionen, sowohl in einer barocken, oder sie wird uns als barocke Basilika verkauft, ist das Kreuz oben drauf. Ich finde Kuppeln in meinen Moscheen, da wird dann ein Halbmond oben drauf gepflanzt und ich finde Kuppeln in meinen Synagogen, da brauchen wir nur die Berliner Synagoge anschauen, die Nürnberger Synagoge, die leider zerstört worden ist, da ist dann eben der Davidstern oben drauf, aber Gemeinsamkeit, ich habe diese Kuppeln und ich habe in der Regel oben auf der Kuppel drauf diesen kleinen Rundgang, sage ich mal, diese Aussichtsplattform, die sowieso keinen Sinn macht, weil du da sehr, sehr schwer hinkommst. Heute hängen Glocken drin oder es ist gar nichts mehr drin und wie wir nachher noch sehen werden, es gibt alte Bilder, wo ich sehe, dass da oben irgendeine Gerätschaft drin ist. Hat vielleicht was mit Energieversorgung zu tun, Fragezeichen, kommen wir nachher noch drauf. Kathedralen, auch die finde ich weltweit, in Südamerika, in Nordamerika, der Mormonentempel, in Europa natürlich, in China, Indonesien, ich finde Kathedralen auf der ganzen Welt, technische Errungenschaften und natürlich auch in der Kunst und ein paar Beispiele davon schauen wir uns im Laufe dieses Vortrages auch noch an. Gut, noch ein paar weitere Karten, einfach um es einzuordnen. Wir haben hier eine ältere Europa-Karte oder Eurasische Karte, die ich deswegen sehr interessant finde, weil die Gewässer ein bisschen anders aussehen. Also hier zum Beispiel ist der Verlauf der Volga, das ist eher ein Meeresarm, also es scheint der Meeresspiegel höher gewesen zu sein. Hier habe ich Europa und hier habe ich eben wieder das Plateau von Tartaria, sieht man hier jetzt nicht ganz, aber Tart von Tartaria, also auch hier ein Hinweis, dass Tartaria sehr wohl existiert hat. Hier habe ich eine alte Eisenplatte, die irgendwo in Russland liegt, sehe ich an der kyrillischen Schrift. Auch hier sehe ich, dass das groß über ganz Asien Tartaria geschrieben ist. Hier noch eine alte Karte, das müsste eine italienische Karte sein. Hier oben haben wir Novea Semelia und also das Nordmeer. Interessanterweise hieß das früher mal das Meer von Tartarien, weil sich eben im Süden Großtartarien angeschlossen hat. Also es wurde sogar ein Meer danach benannt. Heute ist es natürlich das Eismeer, also auch das wurde umbenannt. Dann haben wir hier noch eine Karte, die fand ich auch sehr interessant, weil das ist die Karte vom sogenannten Großrussland, Russie Magme. Und hier sehe ich die russischen Teile, die sich aber eben auf das Gebiet der heutigen Ukraine beschränken. Da fehlt eben der ganze asiatische Teil von Russland, der sibirische Teil und so weiter. Würde wunderbar in das Narrativ passen, was auch der Hajo Müller gesagt hat, dass eben Moskau wahrscheinlich sogar die Hauptstadt vom moskowitischen Tartarier war, würde ja auch Sinn machen, schon vom Namen her, und dass der Napoleon vielleicht sogar zusammen mit dem russischen Zar eigentlich gegen Tartarien marschiert ist. Auf der rechten Seite sehen wir einen alten Kupferstich, weiß jetzt nicht genau was, oder vielleicht auch Gemälde, wo ich einen Mönch sehe, wahrscheinlich in Asien, und die gucken sich hier eine Karte an, von China, und oben drüber steht Tartarier auf der Karte. Das Ding können wir sogar zuordnen, ist von 1653. Also 1653 wusste man noch, dass dieses Land existiert hat. Hier auch noch eine ältere Karte, Sibirien, Tartariermark, na, Großtartarien steht unten dran. Auch hier wieder diese Karte, fast deckungsgleich mit der Shanghai-Organisation, die ich euch gerade eben gezeigt habe. oder es gab auch, ich habe es letztes Mal schon die Germania gezeigt, hier hat man Asien als den Pegasus dargestellt, hier ist Moskau links oben, Moskau und Russland, auch hier beschränkt auf den europäischen Peil. Dann habe ich hier mein, Moment, hier ist mein Mittelmeer, genau, und dann hat man ein Pferdchen draus gemacht, und die ganzen Flügel von dem Pferd sind Tartarien. Hier eine Karte vom Kaspischen Meer, das sieht schon so aus, wie es auch heute noch aussieht, wobei ich glaube, dass auch das Kaspische Meer deutlich austrocknet und versalzt, aber auch hier in der rechten oberen Quadranten habe ich Tartarien, das grenzte damals ans Kaspische Meer noch an, hier links unten ist Georgien, Aserbaidschan und so weiter, französische Karte. Oder auch hier praktisch alles, was heute Ukraine ist, steht Tartarien drin. Hier habe ich das Kaspische Meer, sieht zu der Zeit noch deutlich anders aus, hier das Schwarze Meer sieht schon sehr so aus, wie es heute aussieht mit der Krim und so weiter, da scheint sich nicht allzu viel getan zu haben. Kaspisches Meer wahrscheinlich schon die beginnende Austrocknung, die wir auf der letzten Karte gesehen haben. Also hier nochmal zusammenfassend, und die Karte habe ich mir ausgeliehen vom Reich Grave, aber ich lasse den Ruhm schon da, wo er entstanden ist, also die vedisch-tartarische Hochkultur, die sich praktisch über ganz Europa in den asiatischen Raum hinein gestreckt haben könnte. Und hier auf der rechten Seite dann eines dieser klassischen Spaltungsmittel, worüber wir schon geredet haben, vertikale Spaltung. Ich spalte also die Südeuropa und Westeuropa ab von den Germanen und von den Russen. Ich etabliere ein neues Narrativ. Ich sage nämlich, dass das Römische Reich, das hier alles umfasst hat, Südeuropa und bis nach England drauf, dass die praktisch die Kultur zu den Keulen schwingenden Germanen und Russen gebracht haben. Leider haben sie es nicht ganz geschafft, weil sie dann neun nach Christus einen auf die Mütze gekriegt haben. Aber in späteren Zeiten haben sie uns natürlich die Kultur gebracht. So das Narrativ. Könnte es nicht sein, dass die Kultur genau in die andere Richtung gegangen ist, dass es nämlich die tartarisch-wedische Hochkultur war und dass die Geschichte dementsprechend umgeschrieben worden ist, dass man das Römische Reich ein bisschen aufgewertet hat und damit auch den Vatikan aufgewertet hat. Und was deswegen dieser rechte Teil, das ist die sogenannte Sprachverwirrung, Sprache natürlich auch ein beliebtes Mittel, um Völker zu spalten. Da könnt ihr euch mal Mario Prass angucken, der am Beispiel vom Hexen-Einmal-Eins von Goethe, das sind nämlich die Prinzipien, wie diese Sprachverwirrung stattgefunden hat, die sind da wunderbar erklärt, die sind alle versteckt im Hexen-Einmal-Eins aus dem Faust. Das heißt also, Goethe wusste das, wie das funktioniert hat. Da werden Vokale verschoben, da werden Konsonanten verschoben. Und die, wo ich vorhin schon gesagt habe, die, die man am meisten auseinanderhalten wollte, nämlich die Deutschen und die Russen, da ist man mit der Sprachverwirrung, vor allem in der Schrift, sogar so weit gegangen, dass buchstäblich die Buchstaben umgedreht worden sind. Und wir wissen das, das N in der lateinischen Schrift wird umgedreht, die Russen haben es genau umgekehrt, das R ist bei den Russen genau gespiegelt, genau umgekehrt. Da sorge ich also sogar noch dafür, dass sich die Leute nicht mehr nur nicht verstehen, sondern dass sie sogar ihre Schrift gegenseitig nicht mehr verwenden können. Also das ist die ultimative Spaltung und besser kann ich Völker nicht auseinander treiben. Also dazu wirklich große Empfehlung, Mario Prass, der hat da ganz hervorragende Arbeit geleistet. Hier nochmal das Hexen-Einmal-Eins, der erklärt das auch sagenhaft an. Gut, dann gucken wir uns nochmal Afrika an. Wir wollen uns nicht nur beschränken auf Europa und Asien. Hier unten sieht man noch ein kleines Stück von Afrika, aber was mir auffällt, die ganze Nordküste von Afrika und vor allem hier hinter dem Atlas-Gebirge ist ja heute Sahara. Da wächst nichts mehr, da gibt es keine Städte. Auf dieser Karte sehe ich aber Städte. Ich habe die Karte nochmal da, wo sie herkommt. Die hängt nämlich an einem russischen Flughafen, erkennbar hier, dass ich hier kyrillische Schrift habe, an dem Kaffee stand und das Bild ist auch noch nicht sehr alt. Das wiederum erkenne ich an den sympathischen Mundschützen. Hier habe ich also Afrika und ich sehe, dass da, wo heute die Sahara ist, finde ich Städte und zwar keine kleinen. Also das ein Hinweis, dass vielleicht auch die Sahara nicht immer das war, als dass wir sie heute vorfinden, muss ich sagen. Sie wird uns ja leider nicht so verkauft, sondern man hat hier Realitäten geschaffen. Das Gleiche ist übrigens wahr für den Wüstengürtel in Nordamerika. Da habe ich euch ja beim letzten Mal gezeigt, diesen Shiprock mit den schnurgeraden Mauern, die dort angrenzen, wo man uns behauptet, das hat ein Vulkan erzeugt. Im Leben hat das kein Orkan erzeugt. Das war irgendwas Menschen geschaffenes, das man mit welchen Wappen auch immer platt gemacht hat. Und, und da kommen wir auch gleich noch drauf im Detail, auch im asiatischen Raum gibt es weite Landspriche, die tatsächlich verwüstet worden sind. Und wenn ich an die Mongolei denke, da finde ich eine ähnliche riesengroße Wüstengegend wie in der Sahara auch. Hier haben wir auch nochmal Nordafrika, das müsste Nordafrika sein. Moment, Moment, Moment. Syreneika, ja genau, also das ist Nordafrika nochmal. Hier finde ich überall Städte, wo heute Sahara ist. Wäre interessant, da heute mal ein bisschen zu graben in dem Sand, was ich da so finde. Hier, jetzt gucken wir uns mal Nordamerika an. Da gibt es auch ein paar ganz interessante Sachen. Also hier habe ich eine alte Karte von der Nordhalbkugel, vom Polarkreis. und auf vielen alten Karten finde ich das sogenannte Hyperborea, wo also vier Inseln drauf sind, in der Mitte der Nordpol, da gehen vier große Flüsse weg und auf diesen Inseln sollen unterschiedliche Kulturen entstanden sein, die dann in unterschiedliche Richtungen gewandert sind. Was auch immer wieder auffällt an alten Karten von Nordamerika ist, dass ich oft Kalifornien als eine Insel finde, die sich vor der Westküste Nordamerikas befindet. Heute ist es ja verbunden. Ist da irgendwas passiert, das hier das Land aufgefüllt hat? Ist der Meeresspiegel dementsprechend gesunken? Ich habe ja die entsprechenden Entsprechungen hier im asiatischen Raum vorhin mal gesehen. Die Volga war eher so ein Meeresarm, der da was abgetrennt hat. War das eine globale Naturkatastrophe? Fragezeichen. Lasse ich mal im Raum stehen. Weitere Karten. Das hier müsste wieder eine spanische Karte sein oder eine italienische von der Sprache her. Auch hier Kalifornien, eindeutig eine Insel vor der Küste. Komplett durch Meer abgetrennt. Oder auch hier noch eine alte Karte. Auch hier der Meeresarm geht komplett dran vorbei. Ich kann Kalifornien umsegeln zu der Zeit. Hier habe ich noch eine ältere Weltkarte. Auch hier Kalifornien eine Insel. Das ist ja das Narrativ, das man uns vom nordamerikanischen Kontinent gibt. Habe ich auch im Detail im ersten Vortrag behandelt. Also Lady Liberty führt unsere Siedler nach Westen und die Goldgräber nach Westen. Natürlich auch Buffalo Bill, der die Lebensgrundlage der Indianer auslöscht, der die Büffel praktisch zum Verschwinden lässt und die armen Indianer nehmen Reis aus, lassen sich weiter im Westen nieder und sprechen bis zum heutigen Tag von denen, die vor ihnen da waren. Und das habe ich eben am Mormonentempel schön dargestellt, glaube ich, dass es unmöglich ist, dass diese Planwagen-Siedler, die dort angekommen sind, Schaufel und Spitz hatte, dass man uns heute weismacht, dass die in 30 Jahren eine gotische Kathedrale hochgezogen haben. Warum sollten sie das tun? Das ist schon mal die erste Frage, die sich einem stellt. Es ist also deutlich wahrscheinlicher, dass dieser Tempel einfach schon da stand und dass den ganz anderen gebaut haben. Schauen wir uns weitere Architektur in Nordamerika an. Das ist die Weltausstellung in Buffalo, New York. Das ist genau diese klassizistische griechisch-römische Kultur und was wir hier finden, sind dann eben auch diese Bauelemente. Überall habe ich diese kleinen Türmchen obendrauf und immer diese Plattform, wo irgendwas drin gewesen sein könnte. Hier habe ich eine große Kuppel, könnte auch was obendrauf gewesen sein und das finde ich durch die Bank. Hier beim Kapitol in Washington gab es auch mal vor ein paar Jahren eine Baustelle, da stelle ich plötzlich fest, dass diese Säulen in den Boden reingehen. Warum baut einer Säulen in den Boden? So eine massive Mauer lasse ich mir noch eingehen, wenn es wirklich so sumpfig ist, wie man immer behauptet und man dafür sorgen will, dass das ganze Kapitol nicht im Boden versinkt. Aber warum baue ich Säulen? Warum mache ich mir die Mühe, Säulen in die Erde zu bauen? Macht vorne und hinten keinen Sinn. Das hier sind die Niagara-Fälle um die Jahrhundertwende zwischen 19. und 20. Jahrhundert. Und da sehen wir, dass da oben Industrie- oder Kraftwerke draufstanden, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit Turbinengebäude sind. Also hier gehen sogar die Röhren runter, sieht fast so aus wie ein Walchenseekraftwerk. So sah das vor 100 Jahren noch aus, wie die Niagara-Fälle heute ausschauen, wissen wir. Jetzt hier habe ich schon, sehe ich schon den beginnenden Abbruch von dieser Industrie und jetzt vergleichen wir das doch einfach mal mit was anderem. Hier rechts haben wir ein sogenanntes Naturdenkmal oder Indianer-Denkmal. Spruce Tree House ist, glaube ich, in Arizona oder New Mexico. Auch hier habe ich so eine Abbruchkante. Auch hier habe ich unten so ein paar Ruinen stehen. Sieht eben schon sehr ähnlich mit ein bisschen Fantasie. Und was ich hier interessant fand, ist der Hinweis, hier habe ich sogar Wasserspuren. Hier ist in der Vergangenheit mal Wasser rüber gelaufen oder tut vielleicht immer noch. Und dann bauen die Indianer ihre Stadt genau da drunter, wo das Wasser reinläuft. Also ich glaube nicht, dass die so blöd waren. Das macht kein Mensch, dass er sich seine Hütten genau da hinbaut, wo mir noch ein Fluss ins Dach reinläuft, buchstäblich. Hier ein weiteres Beispiel. Ähnlich geartet. Hier könnte man mit viel Fantasie sogar sagen, waren das vielleicht sogar Turbinengehäuse, wo man jetzt irgendwelche Pueblo, was weiß ich, Kornspeicher draus gemacht hat. Und das Bild ist mein besonderer Liebling, weil wenn ich mir diese Pueblos hier angucke, die stehen hier auf der Euro-Palette drauf und dann mit Pappmaché oder Holz hingezümmert. Also wenn das nicht was verstecken soll, was wirklich dahinter ist, dann weiß ich echt nicht mehr. Also hier links oben sieht man es am schönsten. Das ist fast wie so ein Fassatstück, wo ich so ein bisschen größeren Eingang zugleistere. Also wäre hochinteressant, wenn man da rankommen könnte und da einfach mal buchstäblich einen Blick hinter die Kulissen werfen könnte. Gut, schauen wir uns mal ein bisschen tartarische Technik an. Ich habe euch versprochen, dass wir da ein bisschen ins Detail gehen. Was wir weltweit finden, und zwar überall da, wo wir tartarische Architektur auch finden, sind die sogenannten Fasszäes. Die Fasszäes sind diese Bündel, wo eine Axt eingewickelt ist. Also wir haben einen Kern, eine Axt, wo außenrum Bündel sind. Man sagt uns heute, es wären Weidenruten gewesen und man hätte es deswegen gemacht, weil ein Bündel von Weidenruten stabiler ist, soll also repräsentieren, dass das Volk, das Bündel des Volkes stärker ist als der Einzelne. Ist sicher ein gängiges Bild. Die Frage ist, ob diese Fasszäes tatsächlich nur diese Funktion hatten und ob sie tatsächlich wirklich nur ein Herrschaftssymbol waren. Wie ihr vielleicht wisst, der Mussolini hat sich sogar drei von denen auf seinen Flugzeugenzeichen drauf gemacht. Und von daher kommt ja auch der Name Faschismus, kommt von diesen Fasszäes. Wir sehen es in den Römerfilmen oder auch in alten Kupferstichen, dass die in der Regel vor dem Cäsar oder vor Würdenträgern hergetragen wurden als Machtsymbol. Und die finde ich eben überall. Also gerade diese leere Rüstung, wo der Soldat fehlt, die finde ich auch hier in diesem Fries auf der rechten Seite. Und hier habe ich wieder diese Fasszäer, wieder die Axt mit den Bündeln in die Bündel eingewickelt. Weitere Beispiele. Hier auf der linken Seite auch eine Statue. Ganz klar die Fasszäer im Arm. Auf dem amerikanischen 10-Cent-Stück, auf dem Bein, finde ich sie auch. Hier die Axt, das Bündel. Und im russischen Wappen finde ich auch ein gekreuztes Schwert und eine gekreuzte Fasszäer. Also überall auf der ganzen Welt. Ich bin inzwischen gar nicht mehr in der Lage, mir klassische Architektur anzugucken, ohne dass ich die finde. Es ist also wirklich unglaublich, findet man dieses Symbol. Das hier ist gemacht im amerikanischen Repräsentantenhaus. Links und rechts des Speakers, der hier in der Mitte ist, finde ich jeweils die Fasszäer. Hier ein alter Kupferstich. Da habe ich sogar eine ganze Abteilung, also einen Zug oder einen Trupp, der hier Fasszäer in die Schlacht trägt. Tut man das wirklich, wenn sie keinen Nutzen haben? Trage ich so ein unpraktisches Ding? Ich glaube nicht, dass die Axt mit einem Stiel, der aus vielen Einzelbestandteilen steht, mehr Sinn macht als eine Streitachs, wie man sie von früher kennt. Auch da finde ich sie. Hier rechts und links vom Abraham Lincoln im gleichnamigen Memorial. Auch hier finde ich wieder diese Fasszäer. Also das umwickelte Reisigbündel. Und jetzt wird es spannend. Schneiden wir doch einfach mal ein Seekabel durch. Schneiden wir doch einfach mal einen Elektromagneten durch. Der sieht nämlich genauso aus. Da habe ich in der Mitte einen Eisenkern, Klammer auf, die Axt, und außenrum habe ich ein Bündel. War es wirklich Reisigbündel oder waren es Leitungen? Wenn ich die Leitungen unter Strom setze, habe ich nämlich einen wunderbaren Elektromagneten. Also wer weiß, was man mit diesen Dingen alles machen konnte und gemacht hat, dass die Technologie existiert und auch genutzt wird, heute wahrscheinlich für andere Zwecke, sehe ich zum Beispiel an diesen Unterseekabeln und sehe ich auch an Elektromagneten. Wenn man sich einen Elektromagneten anguckt, auf dem Autoschrottplatz, der sieht ganz genauso aus. Das, was an dem Kram dranhängt, der die Autos aussaugt, sieht ganz genauso aus wie das hier. Gut, kommen wir zur freien Energie. Ich habe schon ein bisschen was vorweggenommen. Ich finde also in diesen tartarischen Baustilen oder in diesen klassischen Baustilen, egal in welcher Kultur ich bin, ob ich in Asien bin, ob ich in Nordamerika bin, ob ich in Europa bin, ich finde Trümmchen en masse und ich finde in der Regel oben auf dem Turm drauf so eine Art Aussichtsplattform, Glockenplattform, die heute in der Regel leer ist oder wo ich Glocken reingehängt habe, wurden die umfunktioniert. Es gibt nämlich ganz, ganz wenige Bilder auf der Welt. Ich habe euch hier mal zwei mitgebracht, wo ich tatsächlich noch sehe, dass hier oben in diesem, auf dieser Aussichtsplattform oder Glockenplattform, dass da irgendein Apparat vorhanden war. Und es ist in der Regel so ein Zylinder oder eine Kugel, dunkelgrau. Und wenn ihr euch die Videos vom Ewa Anon oder Knopfloch hat es hier auf Schweizerdeutsch übersetzt anguckt, der beschäftigt sich eingehend mit dieser Energie. Und dieser Apparat hier, der zwischen 1890 und 1910 sind diese Apparate verschwunden, da finde ich die plötzlich nicht mehr, dass der wahrscheinlich maßgeblich daran beteiligt war, eben Energie, freie Energie aus dem Äther zu ziehen. Ich habe immer sowas wie eine Antenne, ich habe eine Kuppel, eine Verstärkerkuppel, oft habe ich sogar mehrere Verstärkerkuppeln hintereinander geschaltet, eine kleine, dann habe ich den Apparat, dann kommt eine größere Kuppel und unten drunter finde ich in der Regel sehr oft sogar tatsächlich einen Oktagon, wo auch ein Apparat drin gestanden haben könnte, der dann diese Energie tatsächlich umsetzt. Und das finde ich tatsächlich weltweit in den verschiedensten Gebäuden, die man uns als unterschiedliche Epochen, unterschiedliche Baustile, unterschiedliche kulturelle Errungenschaften verkauft. Hier zum Beispiel Köln, auch hier finde ich überall diese Antennen, eine gotische Kathedrale, man könnte tatsächlich sagen, die strotzt vor Antennen, ringsrum, all diese Strebepfeiler, habe ich lauter Antennen drauf, wer weiß, was die damit gemacht haben. War der Kölner Dom tatsächlich immer eine Kathedrale oder war es vielleicht mal ein Kraftwerk? Ich komme da auch gleich noch drauf, in einem ganz anderen Zusammenhang. Und interessant eben, und deswegen habe ich das Bild ausgewählt, ich finde diese Elemente eben überall in der ganzen Stadt. Hier auf diesem Haus ist es drauf, hier habe ich es in kleinerer Form, da ist wieder ein großer Turm, auch wieder diese kleinen Antennen drauf, hier dieses Haus hat oben die Ärgerfenster, sogar hier im Hintergrund. Ich finde diese Dinger in der ganzen Stadt verteilt. Sind es wirklich nur verspielte Elemente, damit das Haus schicker ausschaut, oder hatten die tatsächlich einen Zweck? Das ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Auch ein immer wiederkehrendes architektonisches Element ist ein Bogen. Ich finde Triumphbögen auf der ganzen Welt, ich finde sie in Rom, ich finde sie in Paris natürlich, das ist der größte, ich finde sie in Amerika, ich finde sie in Moskau, auf dem Gelände der dort mal geplanten Weltausstellung, die da nicht standgefunden hat, weil sie der Stalin machen wollte. Der steht allerdings heute immer noch da und steht auch heute mit einem Triumphbogen da. Ich habe es hier schon hingeschrieben, ist der Triumphbogen der größte Elektromagnet der Welt? Fragezeichen. Der steht auch noch auf einem Stadtplan, der einem Computer Motherboard verdammt ähnlich sieht. Also waren diese Straßen vielleicht sogar sowas wie Leiterbahnen, wurde hier Energie erzeugt, die dann durch die ganze Stadt geleitet wurde? Auch solche Stadtpläne finde ich auf der ganzen Welt verteilt. Also hohe Wahrscheinlichkeit, dass hier eine Technologie am Werk war, die man uns heute einfach vorenthält. Ich finde diese Bögen übrigens auch wieder in der Gölzstahlbrücke. Ich finde sie wieder in römischen Aquädukten. Ich finde sie wieder in Arkadengängen am Leipziger Rathaus. Das untere Stockwerk sind Arkaden. In Salzburg habe ich meine Arkaden. Ich finde sie überall. Hat man das wirklich nur gemacht, damit die Spaziergänger trockenen Fußes Schaufensterbummel machen können? Oder waren da noch ganz andere Technologien dahinter? Lasse ich mal so im Raum stehen. Jetzt kommt was wirklich Spannendes. Gucken wir uns mal Frequenztechnologie an. Wasser, wenn ich einen Lautsprecher in die Waagrechte stelle, ich tue einen Teller drauf und ich tue Wasser rein. Das hat man hier sichtbar gemacht. Und ich versorge diesen Teller mit Wasser mit 432 Hertz. 432 Hertz ist eine anerkannte Heilfrequenz und es ist mit Sicherheit kein Zufall, dass der klassische Kammerton A genau bei 432 Hertz war. Der hat mich dafür gesorgt, dass Musik nicht nur visuell, wie man hier sehen kann, ein Genuss fürs Auge ist, sondern dass diese Frequenz mit Sicherheit für den Menschen insgesamt etwas Gutes getan hat. Diesen Kammerton 432 Hertz wurde unter den Nazis im Dritten Reich tatsächlich undefiniert in 440 Hertz. Und ihr seht hier, was bei 440 Hertz passiert, da wird nämlich aus dieser wunderschönen Blume, die ich in der Mitte habe, wird eine Fläche. Außen sieht es noch ein bisschen schön aus, aber in der Mitte, wo es hier wirklich wie eine schöne Blume ausschaut, habe ich noch eine Fläche. Also ich glaube, das spürt jeder, der sich das anguckt, dass der Ton links für den Menschen gesünder ist als der Ton rechts. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat man das sogar noch weltweit eingeführt. Inzwischen ist der Kammerton A 440 Hertz weltweit. Es gibt aber Rettung, sage ich jetzt mal. Es gibt nämlich inzwischen Software, die mir gängige Musik auf 432 Hertz runterskaliert. Also ich kann da jede Musik reinladen, die auf 440 Hertz ist und sie kommt mit 432 Hertz raus. Und es gibt auch einige wenige Komponisten, die ganz bewusst in den sogenannten Solfeggio-Frequenzen komponieren. Die Solfeggio-Frequenzen sind weitere Heilfrequenzen, da oben habe ich sie mal eingeblendet, von 396 bis 852 Hertz, die jeweils unterschiedliche Wirkung auf den Menschen hat. Zum Beispiel 741 Hertz reinigt den Körper physisch von allen Arten von Geflussstoffen, 639 Stärkbeziehungen in der Familie und so weiter und so weiter. Und jetzt kommt ein kleiner Sprung, aber jetzt schaut euch einfach mal an, wie die Dinger hier ausschauen und jetzt schauen wir mal, wie die Rosette in einer Kathedrale ausschaut. Ich habe hier Notre Dame in ganzer Größe mitgebracht und hier noch von anderen Kathedralen, hauptsächlich aus Europa, einfach mal ein paar rausgeschnitten. Sieht doch verdammt ähnlich aus, oder? Wie das, was das Wasser macht, wenn ich es mit der richtigen Herzanzahl in Schwingung bringe. Man könnte jetzt noch einen Vergleich machen und das gibt es. Einfach mal YouTube-Videos suchen, wo diese verschiedenen Solvedio-Frequenzen eben im Wasser angezeigt werden und die ähneln diesen Rosetten in den Kathedralen schon sehr verblüffend. Und was dann eben interessant ist, dass hinter dieser Rosette in aller Regel in den meisten dieser Kathedralen dann auch noch die Orgel steht. Das heißt, wäre es denkbar, wir haben also schon gesagt, sie könnten kraftwerklich gewesen sein, aber war es vielleicht sogar Heil-Anstalten, will ich jetzt nicht sagen, aber wurden hier Frequenzen erzeugt und auf die Stadt abgestrahlt, von denen ich weiß, sie sind gut für die Menschen, ich weiß, sie sind gut für den Organismus, sie beruhigen die Menschen, sie heilen die Menschen, wie ich es vorher gezeigt habe. Verdammt spannender Ansatz, den ich, wie gesagt, weltweit finde, wo diese alte vedische Hochkultur unterwegs war. Moderne Anwendungen von der Frequenztechnologie, nur zwei Beispiele, das hier aus dem Ersten Weltkrieg, ihr seht hier hinten Flugabwehrgeschütze und hier vorne ist eine Soundkanone, sage ich jetzt mal, eine Schallkanone, also die haben mit diesen Dingern Schall erzeugt, die vielleicht sogar in der Lage war, Flugzeuge oder Zeppeline zu der Zeit noch vom Himmel zu holen, also gebaut haben sie sie auf jeden Fall, Versuche gemacht haben sie auf jeden Fall und was jüngst durch die Medien ging, ist, die Amerikaner haben so ein Humvee entwickelt, das also Schallwellen erzeugt, also oder Ultraschallwellen erzeugt, die es also tatsächlich schaffen, die Körpertemperatur oder die Temperatur auf der Haut so zu erhöhen, dass es Leute einfach nicht mehr aushalten. Also wird tatsächlich bei Demonstrationen verwendet, um die Menge auseinanderzutreiben. Das ist also eine moderne Anwendung von dieser Frequenztechnologie im hörbaren oder unhörbaren Bereich beides denkbar. Sternenstädte habe ich euch auch noch versprochen. Ich habe zwei mitgebracht, eine aus Deutschland, das ist Forchheim, von dieser Festung, die praktisch umgekannt, also sie wird uns heute als Festung verkauft, ich würde sie Sternenstadt nennen, ganz Forchheim war von Sternenstadt eingefasst, mehrere dieser Bastionen sind auch heute noch vorhanden, gehen allerdings im Stadtbild weitestgehend unter, sind auch zum Teil abgerissen worden, auch im Krieg zerstört worden, hatten diese Bastionen tatsächlich andere Funktionen als die, als die sie uns verkauft werden. Man sagt uns ja heute, bobonische Festung hat den Sinn, dass ich den Feind von verschiedenen Seiten unter Feuer nehmen kann. Klingt plausibel, aber ist denn der Feind wirklich so blöd, dass er echt in die Kehle hier reinläuft, damit er sich dann von beiden Seiten beschießen lassen kann? Tut er das wirklich? Und tue ich das wirklich in so vielen verschiedenen Städten und in verschiedenen Größen? Hier links haben wir eine Stadt, die ist aus Holland, wo ich auch einen wunderschönen fünfzackigen Stern habe. Was man auch oft sieht, ist dieses Zusammenspiel von diesen Bastionen mit Wasser. Es ist also auch durchaus denkbar, dass mit diesem Wasser irgendwas gemacht wurde und auch das Wasser, das also in dieser Form, sage ich jetzt mal, um eine Stadt herumgelenkt wurde, könnte durchaus was mit Energieerzeugung zu tun haben. In den erwähnten Videos von Knopfloch findet er dazu auch noch Hinweise. Heiztechnologie, auch ein sehr spannendes Thema. In vielen, vielen alten Gebäuden finde ich diese zum Teil übergroßen Feuerstellen, also zum Teil sind die mannshoch. Da kann ich bequem reinlaufen, also vor allem der rechte, hier dürfte das der Fall sein, muss ich noch mal bewegen, hier rechts eine riesengroße Feuerstelle und was interessant ist, die finden wir bis auf den heutigen Tag, finden wir immer diese zwei Ständer, wo oben eine Kugel drauf ist, wo oben eine Antenne drauf ist. Dienen die tatsächlich dazu, dass ich dann Scheitholz drauflege, so wird es uns heute verkauft, ist es wirklich effizient, in so einem riesen Kamin Holz zu verbrennen oder wurde hier vielleicht mit einer ganz anderen Technologie Wärme erzeugt, wurde hier irgendwie mit Frequenzen oder mit Energie, die ich mir aus dem Äther gezogen habe, Hitze erzeugt. Lasse ich einfach mal so im Raum stehen. Woran ich es auch noch festmache, ist die Tatsache, glauben wir wirklich, dass Versailles, eines der prächtigsten Schlösser, die es auf der ganzen Welt gibt, wo es angeblich keine Zentralheizung gibt, glauben wir wirklich, dass sich Ludwig XIV. dort einen Arsch abgefroren hat, während sich seine kleinen Bauern und Untertanen und Vasallen in ihren Bauernhäusern leicht mit dem Scheid Holz die Hütte warm machen konnten. Ich glaube mal, dass die reichen Leute zu der Zeit auch schon sehr bequem unterwegs waren und dass die mit Sicherheit eine Möglichkeit hatten, ihr Schloss warm zu kriegen. Wahrscheinlich sogar mit einer Technologie, von der wir heute überhaupt keine Ahnung mehr haben, beziehungsweise eine Technologie, die in irgendeiner Schublade verschwunden ist. Elektroautos, was viele nicht wissen, weil wir ja gerade diesen Elektroauto-Hype haben. Elektroautos sind viel älter, als man uns erzählt. Das älteste Patent von Elektroauto aus Nordamerika ist aus dem Jahr des Herrn 1840, muss man sich aus der Zunge zergehen lassen. Das älteste Patent im deutschen Kaiserreich war 1888 und hier sehe ich, das müsste so um 1900 rum sein, das Modell 1911, genau da kann ich sehen, Elektroautos, die ich zu der Zeit hatte. Hier habe ich sogar eine Werbung, machen sie sogar Werbung damit, dass dieses Auto hier 1060 Meilen gefahren ist, über Land und zwar mit einer Ladung der Batterie, beziehungsweise vielleicht war das Auto sogar irgendwie in der Lage, sich aus dem Äther zusätzliche Energie zu ziehen. Auf jeden Fall 1060 Meilen gefahren, nämlich von Detroit bis nach Atlantic City. Damit haben die 1910 in Chicago getreut und so weiter aktiv Werbung gemacht. Hier sehe ich ein Elektroauto, das vor der Hütte steht, hier die Ladestation. Ist nichts Neues. So, Tartaria. Wie wurde es vernichtet? Es dürfte außer Zweifel stehen, dass viel physische Vernichtung dabei war. Diese physische Vernichtung kann auf verschiedene Arten natürlich passiert sein. Eine Naturkatastrophe ist denkbar. Denken wir an Sintflut, ein Narrativ oder eine Geschichte, die sich über sämtliche Kulturen hartnäckig hält. Schlammflut, darüber stolpern man immer wieder. Also die tartarische Schlammflut ist auch was, wenn man es googelt, findet man Treffer dazu. Und wie ich gezeigt habe, dürfte diese Schlammflut zum Beispiel den Mormonentempel in Salt Lake City heimgesucht haben. War es ein Atomkrieg? Gab es damals schon Atomwaffen? Oder war es irgendeine andere Energiewaffe? War es diese Faszien? Man findet sogar Literatur darüber, dass die Bundeslade, man hat die Bundeslade um Jericho rumgetragen und dann hat man in die Trompeten geblasen. Waren das vielleicht solche Trompeten, die irgendwas mit Resonanz zu tun haben, die ich vergleichen kann mit diesen Flugabwehr-Trompeten aus dem Ersten Weltkrieg, die irgendwie die Stadtmauern in Schwingung versetzt haben und deswegen sind sie zusammengebrochen? Wäre alles denkbar. Die Technologie enthält man uns natürlich vor. Weiterhin brauche ich eine kulturelle Vernichtung, also indem ich es aus der Geschichte tilge, da habe ich schon ausführlich drunter gesprochen, zum Beispiel aus der Enzyklopädie Britannica. Kartenmaterial ist noch vielfach vorhanden und ich muss natürlich Narrative zu den Folgestaaten schaffen, zum Beispiel dafür sorgen, dass wenn ich über Sibirien rede, dass ich dann eben nur an Russland denke und nicht an eine Macht, die vielleicht vorher schon da war. Und das habe ich auf der Tonspur auch schon gesagt, was auch sehr interessant ist, dass der Zeitraum, wo Tartarien mit hoher Wahrscheinlichkeit endgültig vernichtet wurde, nämlich um 1812 und den Folgejahren, 1812 gab es zeitgleich einen Krieg auf dem nordamerikanischen Kontinent, nämlich den Krieg zwischen Großbritannien und den jungen USA, den Krieg von 1812. Die Spanier waren, glaube ich, sogar auch noch mitbeteiligt und ich habe im Jahr 1816, also kurz danach, das sogenannte Jahr ohne Sommer, wird immer geschoben auf den Vulkanen in Indonesien, ich kann mir den Namen einfach nicht merken. Krakatau. Krakatau, vielen Dank, Marc, du rettest mich da jedes Mal. Genau, der Ausbruch des Krakatau, der angeblich die Atmosphäre so verdunkelt hat, dass der Sommer ausgefallen ist im Jahr 1816. Mir fällt noch was anderes ein, was den Sommer ausfallen lassen könnte, aus den gleichen Gründen. Das wäre zum Beispiel ein Atomkrieg. Wenn ich genug Fallout in der Atmosphäre habe, kriege ich auch eine Abkühlung. Zumindest haben uns davor die Wissenschaftler in den letzten Jahrzehnten, wo man die Angst vom Atomkrieg geschürt hat, immer wieder gewarnt. Und heute haben wir den Bill Gates, der die Atmosphäre verdunkeln will, damit wir die Klimaerwärmung nicht haben. Naja, das lassen wir jetzt wirklich einfach in einem Raum stehen. Gut, aber gucken wir uns mal Russland an. Und in Russland möchte ich euch besonders mal zeigen, das sogenannte Tunguska-Ereignis 1907, 1908, hier steht es, ist es passiert, am 30. Juni, soll ein Feuerschein gewesen sein und eine Explosion gewesen sein, die man sogar in Westeuropa noch hören konnte. So sah es damals dort aus. Die Wälder waren komplett flachgelegt und heute sieht es in dem Gebiet so aus, das müsste die eigentliche Einschlagstelle hier sein. Ich habe relativ junge Wälder außenrum, würde ich auch erwarten. die sind halt jetzt 110, 120 Jahre alt maximal. So sieht es noch ein bisschen weiteren Umkreis aus. Ich finde auch die sogenannten Car-Szenen in der Umgebung auch hier. Frage ist jetzt, ist das tatsächlich was, was von einem Meteoreinschlag passiert ist oder wäre es denkbar, also ich bin sicher, wenn wir 1918 war der Erste Weltkrieg vorbei, sagen wir mal 1930, wenn wir ein Luftbild von Verdun und Umgebung gemacht hätten, Fort Dumont, wie sie alle heißen, könnte es da nicht genauso ausschauen, ausgeschaut haben, Krater, Landschaft, Artillerieeinschläge, Bombeneinschläge und die Großen sehen vielleicht etwas stärkere Bomben. Lasse ich mal so im Raum stehen. Interessant ist auf jeden Fall, dass sich in weiten Teilen Russlands diese sogenannten kreisrunden Car-Szenen finde, wobei da tatsächlich schon welche dabei sind, die schon verdammt nach Bombenkater aussehen, der da zum Beispiel oder der hier, auch diese Seen, die vollgelaufen sind und ich habe mich dann noch zusammengetan mit einem sehr guten Freund von mir oder einem Pärchen von mir, Uschi und Ralf, die sind schon viermal durch Russland gereist, haben mir ihre Bilder gezeigt, ich habe gesagt, lasst uns doch einfach mal diese Bilder angucken, wie viel wirklich alte, große Bäume finden wir in Russland. Wenn ich an Deutschland denke, wir haben überall eine tausendjährige Eiche stehen, wir haben eine 600 Jahre alte Linde stehen, Reinhardswald sind mehrere, in dem Urwaldteil sind mehrere Bäume, die Richtung tausend Jahre gehen. Wenn ich mir Russland angucke und das haben mir die zwei bestätigt, die es bereist haben, also wenn man mir den Vorwurf macht, ja du suchst genau die Bilder raus, wo keine alten Bäume sind, also auch diese Zeugen sagen mir, du findest dort keine Bäume, die älter als 150, 200 Jahre alt sind. Der Hajo Müller hat das heute auch gesagt und ich habe wirklich mehrere, ich habe das Internet nach Bildern, aktuellen Bildern in Russland durchforstet, du findest einfach keine. Ich habe sogar nach 500 Jahre alte Eiche in Russland gesucht, du findest nichts, du kriegst keine Treffer. Und das sind jetzt so ein paar Beispiele, die wie gesagt von meinen Freunden gemacht worden sind, hier die Volga und das Hochufer der Volga hier über Land auf dem Weg Richtung Volgograd. Du findest keine alten Bäume, die älter sind, als dieser Zeitraum, in dem zum Beispiel dieses Meteoereignis passiert ist und oder wo Tartaria verschwunden ist. Dann schaue ich mir einen alten Kupferstich an, Stichwort Schlammflut, hier habe ich eine alte Stadtmauer, alles ziemlich zerstört, alles ziemlich heimgesucht und hier außen Schlamm. Finde ich auf unzähligen von diesen alten Kupferstichen. Einfach mal danach mal suchen und es gibt ja auch unzählige Bilder von modernen Städten, von St. Petersburg zum Beispiel, wo ich wunderschöne Architektur habe, aber die Straßen ist immer Dreck. Waren die wirklich nicht in der Lage, ihre Straßen zu pflastern oder haben sie das gemacht, damit die Pferde kutschen, damit die einen weicheren Hufschlag haben. Wir hatten auch damals schon Hufeisen und die Viaker fahren in Wien auch heute noch auf dem Kopfsteinpflaster rum. Also warum haben die das früher nicht gemacht? Lasse ich auch mal einfach so im Raum stehen. Und dann finde ich oft in Russland so Architektur, die so seltsam plattgedrückt wirkt, die so ein bisschen wirkt, als würde sie im Boden stecken. Hier stimmen einfach die Proportionen nicht, wenn ich mir dieses Stadtboer angucke. Es ist viel zu breit und viel zu wenig hoch. Also zumindest für mein ästhetisches Empfinden. Und das finde ich eben, hier ist übrigens St. Petersburg genau das, was ich gerade erzählt habe. Hier habe ich überall Dreck, wo eigentlich ein Platz sein sollte, wo Kopfsteinpflaster sein sollte, wo Asphalt hatten sie zu der Zeit wahrscheinlich noch nicht. Auf jeden Fall halte ich es für unwahrscheinlich, dass ich hier eine Sandarena reinbaue oder eine Schlammarena reinbaue und außenrum wunderschöne Architektur habe. Ich stecke alles Geld in meine Häuser, aber zu den Häusern hin, dann nehme ich die schlammigen Schuhe in Kauf. Kann ich mir nicht vorstellen. Was auch noch interessant ist, dass ich auf, und diese Bilder gibt es aus unzähligen Städten, dass die tatsächlich menschenleer sind. Man schiebt es immer wieder darauf, ist ein beliebtes Argument, dass man, um so ein Bild zu machen in den Kinderschuhen der Fotografie, musste ich das für 30 Sekunden oder vielleicht sogar Minuten belichten und alle Leute, die Hunderttausende von Leuten, die da durchgelaufen sind, die sehe ich alle nicht, weil ich so lange Belichtungszeit habe. Aber dann frage ich mich, warum ich nicht wenigstens manchmal Schatten sehe und warum ich nicht wenigstens manchmal einen Schuhputzer oder ein Pferd auf der Straße stehen sehe, das einfach nur vier Minuten lang gewartet hat auf die hohe Herrschaft, die aus dem Haus kommt. Finde ich nämlich auch nicht. Und das müsste ich finden, wenn dieses Narrativ stimmen würde. Dann haben wir, ich weiß leider nicht, wo das Bild herkommt, aber hier habe ich katarische Architektur oder kassizistische Architektur, die mitten in der Sandbühne steckt. Könnte Afrika sein, Sahara, Fragezeichen, könnte das zentralasiatische Wüsten sein, könnte auch Nordamerika sein. Hier kommen wir wieder nach Russland zurück. Das sind wieder Bilder, die meine Freunde gemacht haben, diese zwei hier unten. Hier habe ich wieder so ein Gebäude, wo ich tatsächlich den Eindruck habe, hier fehlt irgendwie ein Stockwerk. Diese Tür wirkt seltsam aufgesetzt. Die hat man höher gesetzt, sage ich jetzt mal. Und hier unten stecken tatsächlich die Fenster im Boden. Hier rechts sehe ich das auch. Hier hat man Kohleluken draus gemacht. Und hier rechts oben, das habe ich aus dem Internet, das war glaube ich in Tomsk oder Omsk, weiß ich jetzt nicht ganz genau, da habe ich ein Haus, wo ich tatsächlich mal aufgegraben habe. Und hier sehe ich tatsächlich, dass ich Eingangstüren und voll funktionsfähige Fenster im Boden stecken habe. Das würde kein Mensch so machen. Warum baue ich eine Tür und das Fenster, ja das Fenster, das könnte ich mir jetzt noch als Kohleluken vorstellen, aber der Aufwand, muss ich das wirklich machen? Und mache ich das in einem Land, wo ich ewig platt habe? Wenn ich mir die USA heute anschaue, also ein Keller ist eine Seltenheit. Die klatschen sich die Betonplatte hin und bauen sich ihre Holzhäuser drauf. Warum sollten das unsere Vorfahren in Asien anders gemacht haben? Die haben sich ein Fundament gelegt und haben ihr Haus drauf gebaut. Die hatten keine Platzprobleme, die mussten nicht in die Tiefe gehen. Und ich finde, wie gesagt, diese Beispiele, wo die Häuser buchstäblich im Boden stecken. Wenn das kein Hinweis auf die Schlammflut ist, weiß ich auch nicht mehr. Übrigens noch eine Anekdote, das Leipziger Rathaus, schaut euch mal auf alten Kupferstichen an und dann schaut das euch mal auf neuen Fotografien an. Auf den alten Kupferstichen hat es ein extra Stockwerk. Und auch das Leipziger Rathaus, so interpretiere ich das, steckt im Boden. Gut. Und zum guten Schluss noch ein paar Monumentalbauten. Wir sehen hier wieder Weltausstellung. Ich glaube, das ist die in Chicago. Schaut euch mal diese Riesengebäude an, die es heute alle nicht mehr gibt. Die sind alle abgerissen. Und man versucht uns zu erzählen, dass das alles Pappmaché und Holz war. Es geht schon mal damit los. Ich glaube nicht, dass man das so bauen kann, dass das statisch hält. Selbst wenn das hier oben nur Balzerholz ist. Ich glaube nicht, dass so eine Riesenkuppel hält, wenn unten drunter nur Pappmaché ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Vor allem bei diesem Gebäude hier rechts. Unglaublich. Auch hier wieder die Antennen. Ich finde alles wieder. Rechts oben finde ich noch die Überbleibsel der Weltausstellung in San Francisco, die man übrigens auch interessanterweise in den 60er Jahren abgerissen hat. Auch dieses Gebäude, nur um es danach wieder aufzubauen. Wer macht so was? Normalerweise ist man doch stolz auf seine alten Gebäude, lässt die stehen und genießt sie. Tun wir doch auch. Aber zu der Zeit hat man sie abgerissen, hat sie verschwinden lassen. Und dann noch ein letztes, eine letzte interessante Übereinstimmung. Wir sehen hier links oben Moskau. Auch wieder ein Bild von meinen Freunden. Diese Fabrik Schlote und hier habe ich auch wieder die Spitze von so einem Zuckerbäckerstil. Man verkauft es uns heute als stalinistischen Zuckerbäckerstil. Hier habe ich ein ganz ähnliches Gebäude in Riga und dann schaue ich mir daneben mal das Empire State Building an. Es sieht doch verdammt ähnlich aus. Und auch das wir sind hier Riga, Europa, Moskau, fast Asien und hier sind wir auf dem nordamerikanischen Kontinent. Also bis auf den heutigen Tag ähnliche Architektur. Und damit ihr das nachrecherchieren könnt, ich komme zum Ende meines Vortrages, wie ihr merkt. Wie immer sage ich euch, glaubt mir nichts. Recherchiert es selber. Nur durch selber recherchieren kann man tatsächlich die Sachen erfahren. Wenn ihr mit anderen Theorien kommt, super. Das Mastermind bringt uns immer weiter. Miteinander reden bringt uns immer weiter. Aber das, worüber ich hier spreche in meinen bisher zwei Vorträgen, findet ihr zum Beispiel auf den YouTube-Kanälen von John Levi, den ich persönlich sehr schätze. Der sagt euch gerade zum Hormonentempel sehr viel. Martin Liebke spricht viel über die Schlampflut. Der hat zwei Kanäle, den sogenannten Celtic-Tatharian-Channel und den Martin-Liebke-Channel. Auch da findet er bis ins Detail über die Faszees, über die Schlammflut, über die Architektur, über die Kunst. Fantastische Vorträge, die er dort hat. Ein weiterer Kanal ist Mind Unveiled, habe ich hier unten. Auch hier findet er einschlägige Sachen. Und für mich ganz besonders wertvoll, der Knopfloch. Er hat sechs Videos über Tartaria und vor allem die Energiegewinnung in Tartaria übersetzt. Also im schönen Schweizerdeutsch bekommt er sie dort präsentiert. Nicht abschrecken lassen. Die Videos heißen die verlorene Geschichte der flachen Erde. Auch wenn man nicht an die flache Erde glaubt, ist es trotzdem interessant, sich die Energiegewinnung anzugucken. Und ich persönlich halte es auch nicht für wichtig, ob die Erde flach ist oder nicht. Wir haben andere Probleme. Aber die Energiegewinnung hochinteressant. Also schaut euch die Videos an. Wirklich klasse. Auch auf Telegram findet ihr mehrere Kanäle zu Tartaria, Son of Patriots, Tartarien-Politics gibt es jede Menge und die Gemeinde wird praktisch immer größer. Es kommen immer neue spannende Sachen zum Vorschein. In diesem Sinne bedanke ich euch für die Aufmerksamkeit und wünsche euch viel Spaß beim selber recherchieren. Alles klar. So, also haben wir jetzt einen Rundumschlag gemacht. und sogar ohne trinken. Ja. Was haben wir noch dazu zu sagen, Frank? Wow. Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr inspirierend. Tartaria hin und oder auch her. Glaubenssache oder auch nicht. Wie er schon sagt, man sollte das selbst recherchieren, sich auch ein Bild machen, diesen Wahnsinns-Vortrag, diesen zweiten als Anregung dazu nehmen. Mich inspiriert schon insofern, als dass man die Erde sich anschaut und ruhig einmal rückfolgert. Also ich denke in meinem Leben zurück an einen Bodensee-Urlaub, wo ganze Städte auf Stelzen gebaut waren und ich erfahren musste, es war früher einmal wärmer. Ich denke an einen scheinbar unzusammenhängenden Artikel heute, den ich gelesen habe. Man hat im Pazifik in tausend Meter Tiefe ein Trottoir gefunden, würden wir hier in Hessen sagen. Wir waren ja französisch besetzt. Dass man die Erscheinungsformen auf diesem Planeten doch versucht, in ein homogenes, anderes Geschichts- und Weltbild hereinzubekommen. Und insofern hat es mich jetzt inspiriert. Der ganze Vortrag hat so viele Facetten, dass ich das erstmal werde setzen lassen müssen. Ja, es ist extrem viel. Vor allem das natürlich mit der Nahrung. Am Anfang ist nochmal eine ganz interessante Geschichte, weil das natürlich dann auch wieder Fragen aufwirft, was passiert hier wirklich, was wird uns verkauft, wem soll für was die Schuld in die Schuhe geschoben werden. Naja, wir werden es erleben. Du siehst ja, er macht auch meisterhaft, danke auch nochmal Martin, wirklich danke, meisterhaft den Bogen, er fängt ja irgendwo mit Geostrategie an, mit der Aktualität und dann sind wir bei Technik, wir sind bei Geschichte und ich finde, er macht das großartig, dass er einfach versucht, diese ganzen verlorenen Pferden wieder zusammenzuziehen. Sicher was, wo wir immer wieder auch drauf aufbauen werden können oder drauf rückfolgern werden können. Das macht das Ding so wertvoll, weißt du, dass du wirklich versuchst, aus einer höheren Perspektive alles zusammen zu suchen und ich glaube übrigens auch, das wird eine der Qualitäten der Zeit sein, die vor uns liegt, dass man versucht, du hast auch von der Teilung gesprochen, was ich auch lustig fand, du hast zum Teil, sagst du, dasselbe, wo ich in Gedanken auch dran war, das ist Synchronicität, also diese Vertikalteilung, die du auf die Kriege überträgst, dieses Teile und Herrscher, diese Brüdervölker, die die Waffen gegeneinander erheben, was wir jetzt auch wieder sehen, währenddessen dann auf einer horizontalen Ebene, hast du ja so schön gesagt, die Eliten, gegen die die Menschen geführt werden, ich würde vielleicht sogar noch eins weitergehen, dass unter Umständen auf diesem Planeten tatsächlich Lebensformen gegeneinander ausgespielt werden, da werde ich in der nächsten Zeit mal noch mal was nachliefern zu, ja, ja, unheimlich viele Impulse drin. Dankeschön, hat wieder viel Spaß gemacht, super, super, vielen, vielen Dank, dass ihr mich wieder zu Gast hattet, immer super spannend und immer schön bei euch zu sein. Schauen wir mal, was wir in der nächsten Zeit noch vielleicht so miteinander machen können, wenn das ankommt, wobei das letzte ist ja angekommen, ich glaube über 40.000 Mal war es gesehen bis jetzt, wenn nicht sogar noch mehr, schauen wir einfach mal, ich denke da, das lässt sich ausbauen und ja, einfach mal überraschen lassen, der Sommer ist ja lang, hoffentlich. Ja, ich hau mal einfach so einen raus, man kann den Martin ja wirklich auch mal zu Diskussionen oder Abhandlungen zu einem Thema oder so auch mit dazunehmen. Ich meine, er hat profund und umfangreiches Wissen, ja, von daher. Wenn er Lust, Laune hat und sonst nichts zu tun hat. Genau, habe ich alles, Lust, Laune und sonst nichts zu tun. Das war ja vorhin ja auch schon wieder so ein Knaller von dir, du hattest ja da diese Akustikkanonen da aus dem Ersten Weltkrieg, ja, und das meinte, ja, diese Akustikwaffen da, die in die Luft gerichtet waren und dann erzählst du mal ganz trocken einen von den Posaunen von Jerry schon als Pendant dazu, ey, finde ich das total geil, ja. Ja, das sind zum Beispiel alles Waffensysteme, die wir zumindest offiziell heute oder zumindest die letzten 120 Jahre in keinem Krieg eingesetzt haben. Das Logischste wäre, was es gibt, mit einer Schallwelle irgendwas kaputt zu machen. Ja. Aber gut. Ja, also ich hake ja immer daran fest, wenn es darum geht, dass wir bei Frequenzen sind, ich muss da immer an den Herrn Lauterwasser denken mit seinen Wasserklangbildern, weiß schon, ob ihr den kennt. und das ist auch eine Sache, die ich jetzt dann in Kirchheim bei unseren Kongressen ein bisschen vertiefen werde, das ist genau dieser Bereich, wo wir nicht mehr in den Energien rein drin sind und wo wir noch nicht in der Materie drin sind. Dieser Frequenzenbereich, der sich in verschiedenen Dingen dann auftut, zum Beispiel jetzt auch im Sand, am Strand, ja, da formt dann Wasser, macht Formen, hier wird Wasser geformt über Energien, über Frequenzen, das ist ein Teil dessen, was ich immer die Welt hinter der Welt nenne, ja. Da sind wir bei deinem Vortrag auch ständig dran, ja, auch bei diesen Posaunen, die dann zerstören können. Was macht, was würde eine Schallwaffe machen? Sie tut eine Struktur, die gebaut ist, wir sagen zerstören, man könnte sagen, eine andere Ordnung herstellen. Sie fordert, die Frequenz fordert ein anderes Materiebild im Außen, ja. Ja gut, okay, das wäre so Kram, da müssten wir dann wirklich eine Quatsch-Laber-Sendung machen, ja. Ja, hochspannend, ja. Hochspannend. Und über solche Laber-Sendungen kommen wir der Wahrheit immer näher, wahrscheinlich. Irgendwann wissen wir sie dann hoffentlich, wenn dann mal die matematischen Archive aufgehen. Nach dem, was wir über hundert und mehr Jahre an Gedankenspangen, die über uns gelegt wurde, hinter uns haben, ist es glaube ich auch wichtig, dass man so offene Gedanken zulässt, um dieses Gefängnis aufzubrechen wieder. Ja. Wieder freie Gedanken, ja, um die Leute auch draußen anzuregen, ja. Das muss nicht alles hundertprozentig wahr sein im Sinne von Geschichtsschreibung. Wichtig ist, dass die Leute Impulse bekommen und anfangen, außerhalb dieses Gefängnis wieder zu denken und das ist auf jeden Fall gelungen heute, ja. Weil ich meine, du kannst jetzt auch nicht beweisen, gab es das oder gab es nicht. Wir machen wie Kriminalisten Indizien suchen. Das sind alles Indizien, genau. Indizien, Quervergleiche. Man fängt an, Dinge anders zu sehen. Ob das dann tatsächlich so gewesen ist, ist die eine Geschichte. Ob es einfach nur umgedeutet worden ist, könnte man sich natürlich auch mal überlegen, ist dann diese Technik tatsächlich nur gekapert worden beziehungsweise dann vielleicht umgedreht worden, wie wir vom Hammer wissen, kannst du Nagel einschlagen nehmen oder auch zum Kopf einschlagen oder andere Dinge. Also von dem her gilt es das einfach mal zu beobachten und wenn wir immer das Narrativ haben, dass ja auch auf den sogenannten Lehl eins die Kirchen und andere Dinge gestellt worden sind, dann gibt es wieder ein ganz anderes Bild. Weil wir haben ja im Moment auch dieses Narrativ, was ja auch durch die alternative Szene getragen wird, dass der Vatikan in Anführungszeichen diese Energielinien besetzt hat oder Knotenpunkte mit dementsprechenden Kathedralen besetzt hat. Wenn ich jetzt von einem satanistischen Weltbild ausgehe, dann ist es richtig, dass ich alte Dinge hier besetze. Wenn ich aber jetzt davon ausgehe, dass die in einem guten Sinne dort draufgesetzt worden sind, dann ist das wieder was ganz was anderes, weil ich einfach Informationen über die Welt habe verteilen können oder über Gebiete und vielleicht war das die Telekommunikation damals. Das wäre ja mal eine Überlegung, die man sich durchaus auch anschauen könnte. Vielleicht fehlen ein paar Gerätschaften, vielleicht sind auch nur ein paar Sachen zugemacht worden. Also hier sind einfach sehr viele Dinge zu hinterfragen, nennen wir es einfach mal so und vielleicht auch mal in eine andere Richtung zu denken. Ja, wie sagt der Prof auch immer, du hast ihn glaube ich am Freitag zum Interview, ich am Samstag mag. Wir sollten wieder anfangen, Fragen zu stellen und dazu regt der Martin eben auch an. Beispiel auch seine, habe ich mir auch extra aufgeschrieben hier nebendran, Symbolverknüpfungen. Ja, Symbolverknüpfungen werden neu definiert. Du guckst heute irgendwo drauf, sagst, ja das ist gut oder das ist böse oder das ist jetzt ganz böse, so böse, dass ich es nicht mal mehr zeigen darf hier. Wie auch immer. Und es werden neue Bedeutungen auf ein Zeichen drauf gepflanzt. Das ist eine Wahnsinnsart der Manipulation. Wir stellen alle zu wenig Fragen. Er hat es gezeigt mit den Faszien. Ich habe die Dinger auch schon tausendmal gesehen und habe mir nie Gedanken gemacht. Also die haben da halt sowas komisches. Im Zweifel ist es dann immer ein Götterkult gewesen. Und damit haben wir uns abspeisen lassen. Aber es ist wahrscheinlich nicht so. Und dazu regt auch dieser Vortrag an. Also es sind wahnsinns viele Impulse drin. Finde ich geil. Es ist ein Ansatz. Den Rest werden wir rausfinden. Hoffe ich zumindest irgendwann noch zu unseren Lebzeiten. Vielleicht werden wir irgendwann auch da mal was sehen. Schauen wir mal, lassen wir uns überraschen. Das wäre so eine große Gnade. Das wäre so eine große Gnade, Marc. Wenn wir das können. Wir sind dabei. Andere gucken Fußball. Wir machen uns darüber gemeinsam. Stimmt, wir müssen aufhören. Heute spielt die Eintracht. Ja, also. Okay, also Eintracht spielt. Wettels, dann machen wir für heute Schluss, würde ich sagen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden. Vor allem für den absolut spitzenmäßigen Vortrag von Martin. auch in dieser wirklich überwältigenden Art vorgetragen. Und ja, wie gesagt, vielen Dank. Wir sehen uns bald wieder. Wir beenden jetzt dieses Video und freuen uns auf das nächste. Bis bald. Ade, bleibt schön. Alles Gute. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.